Und Grund genug, eben jetzt hier direkt weiter zu machen an unserem Morgenprogramm oder anzuknüpfen an dieses. Ihr seht, ich lade gerade den ersten Teil hoch von unserem morgendlichen Webinar des Live-Trading-Events, wo ich euch jetzt am Nachmittag nochmal herzlich begrüße und unseren heutigen Gast, den Andreas Müller auch, der, Moment, jetzt auch zu hören sein müsste. Hallo. Oh, ein zartes Hallo. Exakt, Andreas, du bist zu hören, das ist gut so, wunderbar. Ich habe deine Stimme gar nicht erkannt, als du gesagt hast, die Aufzeichnung hat begonnen oder so ähnlich. Das war klang ein bisschen weiblich. Alles gut. Was hast du denn getrunken zum Mittag, so weit vorweg? Ich habe mir erlaubt, in der Tat heute eine Cola, aufgrund dessen, dass ich mich noch ein bisschen hypen möchte. Und einen doppelten Espresso habe ich mir auch noch gegönnt, wenn du nach dem Trinken fragst. In Sachen Bier oder Liköre oder Alkohol oder dergleichen habe ich mich zurückgehalten. Ich weiß, du hast es sicher nicht getan. Du hast dir ein schönes Berliner gegönnt wahrscheinlich. Am Tag des ehrenwerten Vaters sozusagen. Kein Kommentar. Okay, er schweigt und genießt. Da wissen wir zumindest, woran wir sind. Passt aber auf jeden Fall. Andreas, wie gesagt, die illustre Runde, die heitere Runde des Morgens hat schon begonnen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du jetzt am Nachmittag nochmal zugegen bist. Der Markt selber, was hat er bisher gemacht? Nicht mehr sehr viel. Wir haben hier mal den DAX in der 24-Stunden-Beschauer in meinem Setting im MetaTrader 4. Wir sehen hier ein schönes Ping-Pong, was wir heute Morgen gesehen haben. Übrigens jetzt hier gerade im M30 unterwegs. Das Zeitfenster hatte auch vorhin der Andreas immer mal gezeigt. Und wir haben ein schönes Tief gesehen, einen schönen Rebound. Und jetzt sind wir so ein Stück weit am Vortagestief klebend. Und in Kürze gibt es ja, wie gesagt, US-Marktdaten, die ersten Träger auf Arbeitslosenhilfe. Und vielleicht geht da ein bisschen was. Und ich denke mal, der Andreas hat die Zeit auch genutzt, um den Markt zu covern. Und insofern würde ich dich, Andreas, gleich mal wieder mit dem Bildschirm behelligen, den wir übrigens uns auch immer hin und her spielen können. Aber ich denke mal jetzt in der nächsten Zeit vielleicht zu den News. Vielleicht erzählst du uns auch was dazu, ob du solche News eben durchaus auch mal tradest. Vielleicht dann eben auch nicht direkt die News, sondern vielleicht 5 bis 10 Minuten später. Wenn sich eben Bewegungen auftun. Ich denke, das ist ganz interessant. Und insofern würde ich den Bildschirm mal rüber schweben lassen zu dir. Kleiner Blick. So, jetzt muss ich erstmal den Bildschirm auswählen. Natürlich. Ah, da sehen wir einen Desktop, einen Skype-Chat. Na, hoppala. So, da sieht man jetzt. Ach, den Metatrader. Da haben wir ihn doch. Sehr gut. Sehr gut. Den wollten wir auch sehen. Denn in dem sind wir unterwegs. Der Metatrader ist ja, vielleicht kannst du da noch ein, zwei Sätze zu sagen, eine freie Software, wo man im Grunde genommen sehr, sehr viele andere Tools, Courses, alles Mögliche anbinden kann. Richtig? Also gebe ich das richtig wieder? Genau. Der Metatrader 4 ist allerdings limitiert auf 1024 Symbole. Das heißt, man kann nicht mehr, sag ich mal, Underlines integrieren. Der Metatrader selbst hat in den 90ern aus Ryssland kommend von MetaQuotes sozusagen entwickelt und im Prinzip die Plattform, die den Forex-Markt für den Retail-Bereich hat zugänglich gemacht. Wohl bemerkt aber auch eine Software, die ursprünglich rein aus Market-Maker-Gründen entwickelt wurde. Der Metatrader war ein in sich geschlossenes Universum. Im Prinzip gar nicht daran gedacht, da den Interbankenmarkt oder andere Sachen anzuschließen. Das ist eine interessante Geschichte dahingehend. Grundsätzlich, auch wir bei JFD, haben da so ein Bridge-System ins Leben gerufen, um den Metatrader zu öffnen, eine Brücke nach draußen zu bauen. Und das ist ja genau der Punkt, wo wir im Prinzip eben den Interbankenmarkt angeschlossen haben und keine eigenen Preise kreieren oder, sag ich mal, selbst erschaffen und den Kunden darbieten. Letztlich alles In-House-Handel praktisch immer konsequent gegen den Kunden, findet ja so nicht statt. Er hat also die Brücke gebaut nach außen hin und der Metatrader als solches die Standardplattform seit den 2000ern im Prinzip, also seit auch der Forex-Markt aufgemacht wurde. Und es gibt weltweit, wie gesagt, das ist im vierstelligen Bereich, wie viele Metatrader, vier Lizenzen an diverse Broker weltweit rausgegangen sind. Und es ist die Plattform, die tatsächlich die erste war, die den Forex-Markt geöffnet hat und als standardisierte Plattform sozusagen für den Forex-Markt eben seit den 2000ern sich bis heute gehalten hat. Aber wie gesagt, die Symbole sind beschränkt und wir bei JFD planen ja den Launch der Assets, der Real Assets in Form von richtigen Aktien. Das ist ja etwas, was wir in der Pipeline haben. Ergo der Metatrader 5, auch hier ein Tool, was wir in unserer Pipeline als neues Produkt haben, denn der hat keine Limitierung in Sachen Underlyings. Wir hatten ja in der Spitze bis zu 900 verschiedene CFDs, ETFs und eben Forex-Underlyings bei uns im Metatrader 4-Angebot. Und wir waren sozusagen kurz vor dem Limit und im Sinne des Multi-Assets-Aufsprengens, was wir praktisch jetzt eben angehen wollen in den nächsten Monaten, ist es eben auch so, dass wir den Metatrader 5 brauchen. Überdies auf unserer Webseite auch zu sehen, dass wir ja mit Guidance und dem Agena-Trader und der Web-basierenden Metatrader-Version sozusagen einiges an Plattformen bislang anbieten. Und der Metatrader 5, wie gesagt, der wird jetzt noch on top dazukommen vor dem Hintergrund, dass wir unser Anlageuniversum sukzessive weiter erhöhen. Wunderbar. Also, insofern, Frage beantwortet, denke ich. Der Metatrader ist aber, wie gesagt, ein Tool. Du sagtest es auch heute Morgen schon, was mit den Add-ons auch, ich sag mal, sich pimpen lässt. Sprich, die doch schon etwas oldschool wirkende oder retro wirkende Erscheinung des Metatraders kann man dadurch aufpimpen. Das kann ich euch nachher dann direkt nochmal zeigen. Auf unserer Webseite, direkt auf den Plattformen, gibt es eben auch die Add-ons. Und da gibt es auch in der nächsten Woche zum Beispiel, machen wir einmal im Monat auch so ein Add-on-Webinar, wo ich euch zeige, wie der Mini-Terminal funktioniert, wie man eben gewisse Features einbauen kann und die, sag ich mal, heben den Metatrader in ein anderes Level. Ob man es allerdings braucht, die ganzen vielen Indikatoren, die bunten Farben, die Ichimoku-Geschichten oder Rainbows, das ist immer die Frage der Fragen. Du bist ja sehr schlicht unterwegs und orientierst dich und das ist auch relativ uso im professionellen Trading, dass jetzt eben die Charts nicht mit 10.000 Indikatoren überladen sind, sondern dich interessiert eigentlich nur die Price Action. Genau, also man kommt ja letzten Endes auch durch mehrere Einstellungen auf ähnliche Ergebnisse, denn egal, was man für Indikatoren einfügt, es ändert sich an den Vortageshoch oder Tiefs zum Beispiel nichts. Ja, das sind ja Kurse. Und wenn man nochmal, ich möchte keine Werbung für das Buch machen, war nur ein Beispiel jetzt mit dem Florek Neue Trading Dimensionen. Da wird ja quasi auch mathematisch ergründet, wie diese Indikatoren aufgebaut sind. Also es liegt ja immer eine Formel dahinter und letzten Endes basiert diese Formel ja auf dem Preis. Also was man oben reinkippt, ist immer der Preis. Ja, und was unten rauskommt, kann immer ein anderer Indikator sein. Es wird auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte immer wieder neue Indikatoren geben. Wahrscheinlich. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass es da auch, denke ich mal, bei Guidance noch zwei, drei neue Leute gibt, die wieder was ganz Neues vorstellen werden, was es noch nie so gab. Aber letzten Endes wird alles vom Preis abgeleitet. Und deswegen gehe ich da in die originäre Quelle und wärme mir quasi nicht die Nudelbox von gestern nochmal auf, hochwertig, sondern gehe dann direkt ins Restaurant, wo es herkommt. Sehr schöne Ableitung, sehr schöne Ableitung. Das mag ich, das ist süffisant, wenn du da hier sowas einstreust aus dem Leben. Da kann man das immer sehr gut... Ich streue auch gleich das Mittag nochmal ein. Ich hatte ja vorhin, da kamen bestimmt einige nachfragen wegen dem 1-Cent-Döner. Deswegen habe ich die Mittagszeit genutzt, da vorbeizufahren. In der Tat, die Preistafel hat sich geändert. Er ist jetzt hochgesprungen. Ich hole das mal rüber. Happy Food, keine Schlange mehr. Und jetzt ist der Preis, ist ja immer Angebot-Nachfrage, ganz klar. 1,99. Und dann ist bei dem Angebot auch die Nachfrage nicht mehr so hoch. Und gestern, wie ich heute Vormittag, falls nicht jeder, der jetzt zuhört, heute Vormittag schon dabei war, gestern war eine sehr, sehr lange Schlange aus Berlin raus. Ich habe erst gedacht, Weltkirchentag oder vielleicht stehen die auch schon an wegen Obama. Der ist ja gerade hier. Er hat mir übrigens die Daten von 1430 noch nicht erzählt. Ich war kurz dort. Ich weiß auch nicht, ob er sich mit Donald Trump eine Maschine geteilt hat, weil der Donald Trump ist ja in Frankreich. Exakt. Also gut, Maschine teilen halte ich fast für ein Gerücht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich gebe dir recht, das ist ja ein europäischer Schwamm, der hier rüberkommt sozusagen. Ja, da weiß wer weiß. Gut, soviel zum Thema Döner. Zurück zum Markt. Er hat hier oben, also quasi auf dem Eröffnungsniveau, auf das Eröffnungsniveau ist er zurückgekommen, wo wir abgestürzt sind. Also quasi einen riesen Rebound hat er fabriziert. Und all diejenigen, die gedacht haben, es ist ein Abwärtstrend und an mehreren Schwellen vielleicht versucht haben, gegen den Markt zu rennen, die Worten eines Besseren belehrt. Das nützt dann, also je nach Stopp, vielleicht ist man jetzt auch plus minus null. Man weiß ja nicht, man kann nicht in die Orderbücher reinschauen, aber das sind zumindest Regionen und Bereiche, wo mir der Stopp zu nah am Kurs ist, als dass ich den Trade über Stunden hinweg durchziehen könnte. Also das ist nicht mein Trading. Ich habe aktuell einen Trade laufend, den bin ich auch zum Start des Webinars eingegangen. Es war ja vorhin die Frage, ob man auch einen aktuellen laufenden Trade zeigen kann. Selbstverständlich kann man das. Und zwar habe ich mir nach dieser Konsolidierungsphase, aus der wir hier langsam rauskommen, leider kann man keine Trendlinien in dem Web-Trade, das zeige ich nachher nochmal, einfügen. Sonst würde man hier einen schönen Abwärtstrend einzeichnen können, der hier verlassen wurde. Das heißt, ich bin hier long gegangen, habe den Stopp in etwa auf das mittägliche Tief gesetzt. Und das Ziel ist auch nicht aus der Luft gegriffen mit diesen 19 oder 20 Punkten, sondern das Ziel ist hier an den Vortagestiefs orientiert, also bei 19 oder 21. Und das sieht dann letzten Endes so aus, wenn ich das mal hier rüberziehe. Ich hoffe, man sieht das, dass der Kurs der Markt nah am Einstiegskurs ist. Wir sind noch nicht am Zielkurs und wie bereits richtig bemerkt wurde, tickt auch die Zeit ein wenig. Also um 14.30 Uhr kommen Wirtschaftsdaten. Zu den Wirtschaftsdaten möchte ich natürlich nicht zu viel riskieren. Die letzten Wochen oder Monate war immer relativ ruhig. Ich handle, wenn ich die Wirtschaftsdaten handle, dann immer nur im Affekt. Das heißt, ich positioniere mich nicht kurz davor und spekuliere darauf, dass etwas passiert. Es muss erstens nichts passieren und zweitens geht es so schnell. Heutzutage werden die Zahlen rausgehauen von den Agenturen, gehen über alle Ticker. Man hat sie sofort bei Twitter, bei Yandaya, das ist so ein Service von Guidance im Netz. Also man hat sofort Zugriff. Oder Bloomberg TV kann man sich live die Zahlen anschauen, Breaking News. Die dann zu sehen und auch noch zu beurteilen und dann zu klicken, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Man ist auf alle Fälle langsamer als die Big Boys, die beispielsweise in Chicago sitzen, an einer der größten wahren Terminbörse, wo auch andere Futures natürlich gehandelt werden. Und mir hat mal ein Broker gesagt, wenn in Chicago, da zählt jeder Meter zur Börse, weil die Leitung einfach näher ist. Und das bedeutet, Milli, Milli, Mikrosekunden, die würden sogar, wenn es möglich wäre, noch auf die Börse obendrauf e-Büro bauen. Nach oben. Einfach, ja, weil die Nähe da einfach zählt. Aber für uns zählt die Nähe nicht wirklich. Für uns zählt zu wissen, wann der Kurs entsteht. Also oder wenn er sich bewegt, wann Wirtschaftsdaten nach außen gepusht werden. Dann entscheidet jeder selbst, ob er drinnen bleibt, wenn er schon eine Position laufen hat oder nicht. Bei mir ist es jetzt so bei der Position, dass ich den Stop, den kann man mit einer Maus anpassen. Also einfach die Maus halten. Ich ziehe quasi die Position auf das letzte Tief, auf das letzte lokale Tief, sodass im Falle eines Ausstoppens das Risiko noch einmal minimiert wurde. Das Ziel ist jetzt nur noch vier Punkte entfernt. Also durchaus möglich, dass wir das gleich erreichen. Wir warten einfach gespannt. Du hast die Zahlen sicher vorliegen und hast Twitter an. Nehme ich an. Ich lasse mich da. Ich bin da auch, ich bin, ehrlich gesagt, wir hatten ja den Dirk Higgert zu Gast schon, der hier News Trading betreibt. Auch mit seiner speziellen Software, mit Pullback-Orders und dergleichen. Da geht es richtig zu sagen, ich bin auch einer, der dann meistens abwartet, wenn die News raus sind. Und da auch gern mal 15 Minuten vorher flat ist oder 15 Minuten danach, um eben dann mal zu sehen, was passiert, wenn der Wind oder der Staub sich gelegt hat. Aber ich schaue mal ganz klar auch mal dann, wenn die Daten jetzt hier reintickern. Lisa, die Quelle hast du ja vorhin schon angesprochen. Börse Goyandaya, beziehungsweise jetzt dann eben hier integriert auf Guidance News, wie es jetzt heißt. Tatsächlich so ein Echtzeit-Tool, was, ja, das war unvorstellbar vor 10 Jahren, dass man da so ein Tool nutzen könnte. Aber es gibt auch viele andere amerikanische Webseiten, wo die News, also zwei Sekunden nachdem sie raus sind, sind sie da auch zu lesen. Bei Guidance, wie gesagt, wird es noch von einem Redakteur eingetippt. Aber auch da innerhalb der ersten Minute nach den News hat man hier im Prinzip immer gleich Tareles am Start und weiß eigentlich, was jetzt dann, wie gesagt, rauskam. Wie der Markt natürlich darauf reagiert, ist wieder ein anderes Brot. Weil es gibt ja, jetzt kommen die Daten übrigens, man muss übrigens auch mal warten, ob da überhaupt Reaktionen auch stattfinden. Weil, wie gesagt, die Anztanträge auf Arbeitslosenhilfe waren zuletzt, muss ich wirklich sagen, nie das große Brett. Das war, wie gesagt, in früheren Zeiten mal anders. Ja, ist noch nicht da. Vielleicht können wir es überbrücken, indem man einfach sieht, dass wirklich diese Schwelle, die dann auch mittags nochmal kurz touchiert wurde und für einen Abprall sorgte, wurde erreicht. Das heißt, die Order wurde im Take-Profit ausgeführt. Das Senior hat gleich den Take-Profit mitgenommen. Sehr gut. Ja, und dass diese Linie kein Hexenwerk ist oder ausgedacht, möchte ich hier nochmal in dem 5-Minuten-Chart zeigen. Wie gesagt, die hatte ich heute Morgen, bevor es zu dieser Kerze kam, schon angelegt, da es ganz einfach das Vortagestief war, was wir mehrfach getestet hatten. Hier sieht man nochmal, wie es nochmal angelaufen, abgeprallt ist. Da gibt es diesen Spruch, Dead Cat Bounce. Nicht, dass DAX jetzt Dead Cat eine tote Katze ist, aber oftmals bei Aktien, die ehemalige Highflyer waren und stark abstürzen. Was hatten wir in neuster Zeit? Vielleicht eine Solar World oder ganz früher mal eine Enron und wie die alle hießen. Die bewegen sich nicht wie ein Steinbeton, der aus dem zweiten Stock herunterfällt oder ein Blumentopf vom Balkon und bleibt gleich liegen. Nein, er springt nochmal kurz nach oben. Also auch wenn es einen starken Abwärtstrend gibt, bevor es auf Null aufschlägt, springen solche Aktien nochmal nach oben. Und gerade Solar World, da hatte man an dem zweiten Tag, wenn ich in dem Forum richtig mitgelesen habe, sogar eine Chance von 52 Cent auf 1,30 Euro oder so, so ein Rebound. Und wer da ein gutes Händchen für hat, dem seien die Gewinne gegönnt. Ich selber handle kaum Aktien, auch das muss ich dazu sagen. Ich finde es toll, dass es Aktien CFDs auch gibt, weil man da natürlich mit geringerem Kapitaleinsatz in solche zauberhaften Werte reinkommt. Und auch wieder schnell raus. Aber ich selber handle Aktien nicht, weil ich finde, und da mögen mir das vielleicht andere Kollegen verzeihen, die das nicht so sehen. Aber ich finde Aktien riskanter als einen Index, weil ganz einfach, Aktien können vom Handel ausgesetzt werden. Ich erwähnte heute Morgen schon, dass am 11. September 2001 der DAX komplett durchgehandelt wurde, der DAX Future. Einzelaktien wie zur VW-Abgas-Affäre und so weiter können oder vor Quartalszahlen oder vor wichtigen Pressemitteilungen, Fusion und, 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 können Aktien ausgesetzt werden. Es findet kein Handel statt. Das heißt, kein Handel, es kann auch keinen Stoppkurs greifen. Und wenn die Aktie dann wieder öffnet mit mal gesponnen minus 20 Prozent und ich habe nur einen Hebel von 5, ist mein Kapital weg. Ja, und das kann mir in einem Index nicht passieren. Ein Index wird nicht ausgesetzt, auch Euro, S-Dollar, selbst wenn er Sprünge macht und man geht mit dem Hebel sachte um, daran hatten wir ja mehrfach heute schon appelliert, kann man nicht das Konto so schnell, finde ich, so riskant in einer Phase zerschießen, die man nicht auf sich zukommen sieht. Man sieht ja Wirtschaftszahlen oder FED-Protokolle oder Notenbank-Sitzungen auf sich zukommen. Die Termine stehen fest. Man weiß, wann es da Bewegung gibt. Bei einer Aktie weiß man das oftmals nicht. Ja, also das sagt ja vorher keiner. Deswegen ist es ja eine Ad-Hoc-News. Die kommt halt einfach mal daher. Ja, und man möchte das Kapital, und das ist auch ein Grund, warum ich das Day-Trading favorisiere, man möchte das Kapital ja so gering wie möglich den Marktmächten, und es sind wirkliche Marktmächte, aussetzen. Ja, also ich schlafe lieber ruhig, habe keine Position. Und als früher, wo ich auch über Nacht immer mal eine Position gehalten habe und dann nachts geschaut habe, wie der Nikkei tendiert, um davor abzuleiten, wie der DAX eröffnen könnte. Also das ist über drei Ecken gedacht. Ja, aber das brauche ich nicht mehr. Vielleicht bin ich auch zu alt dafür. Keine Ahnung. Und ich habe von einem kleinen Tool, das heißt MyFX Book, habe ich heute Morgen noch eine Statistik rausgezogen von meinen letzten 200 Trades, also quasi letzte Woche. Also zwei Wochen. Da sieht man von der Duration, von der Haltezeit ganz gut, dass meine meisten Trades quasi in Sekunden, Minuten, höchstens im Stundenbereich ablaufen. Und hier hatte ich nur zwei, das waren übrigens richtig dicke Gewinner, wie man sieht hier bei der prozentualen Verteilung. Die habe ich länger laufen über Nacht, weil der Trend einfach gestimmt hat und wo ich dachte, okay, der Stopp ist schon im Plus für die Teilposition. Ich habe Gewinne mitgenommen, teilweise. Auch das geht sehr, sehr gut, die Position aufsplitten und am Ende war das okay. Aber ansonsten sind meine ganzen Positionen, wie man heute auch gesehen hat, sehr, sehr kurzfristig ausgelegt. Und ich nenne es gerne die Eichhörnchen-Methode. So ein Eichhörnchen hat ja nicht irgendwie eine Tasche, wo die Nüsse reinkommen oder einen Rucksack und geht den ganzen Tag sammeln, abends nach Hause und macht die Beine hoch, wie jetzt ein Flaschensammler im Mauerpark in Berlin, sondern ein Eichhörnchen sammelt zwei Nüsse, bringt es in Bau, sammelt zwei Nüsse, bringt es in Bau. Und so finde ich das spannend, so ähnlich wie Heiko Behrendt, plus der macht es natürlich noch vor einem anderen professionellen Hintergrund, das Scalping mit Tape Reading und so weiter. Das nutze ich zum Beispiel gar nicht. Ja, soweit als kurzer Einblick, was Trading Frequenz und so weiter einging. Ich hatte mittags auch noch einen weiteren Trade, bevor ich in die Mittagspause gestartet bin, habe ich mir überlegt, im Euro-US-Dollar, der war nämlich hier am Tagestief. Wir hatten kurz darüber gesprochen, dass die Schwankungen genau 50 Ticks waren. Ich gehe mal in den Euro-US-Dollar rein und mache das Ganze ein wenig kleiner. Dann sieht man die Tagesschwankung, also hier haben wir ungefähr öffnet nachts, dann ging es mal hier runter, hier hoch, hier runter. Hier hat es verweilt und im nächsten Aspekt wurde nochmal auf das Nachttief, was 1.30 Uhr, der Euro-US-Dollar, handelt, quasi die ganze Woche durch. Am Forex-Markt können Sie 24 Stunden handeln. Macht nicht immer Sinn, aber Sie können es. Da hat er kurz verweilt, hat einen kleinen Bounce gezeigt, aber nicht über das letzte Verlaufshoch. Und dann kann man sehr, sehr schön Trendlinien anlegen und kann sagen, oder auch einfach abzählen, dieses 1, 2, 3. Es gab ein Tief, ein Hoch, was nicht ganz so hoch war wie das letzte. Dann gab es wieder ein Tief, ein Hoch, ein Tief, ein Hoch. Und ich dachte mir in dem Bereich, wenn das hier durchbrochen wird, kann ich quasi mit dem Stopp über diesem letzten Hoch short gehen. Habe das Ganze auch umgesetzt und bin im Fahrstuhl nach unten gefahren, wie man so schön sagt, bis 1.0, äh nee, 1.12, Entschuldigung, 1.20. So, jetzt stehen wir natürlich noch tiefer. Man könnte sagen, puh, da hat er aber Mist gebaut, aber ich habe das abgeleitet von einer anderen Chart-Ebene, wenn wir ein bisschen höher gehen, war das nämlich irgendwo in dem Bereich, waren wir jedenfalls schon ein, zwei Mal. Und da dachte ich, hielt ich erst für eine gute Idee, dort mein Trading Point, mein Ziel, Kurs, wo ich aus der Position automatisiert herausgehen möchte, hinzusetzen. Ja, er ist weitergefallen, das Muster bleibt, also wir haben ein neues Tief. Das würde ich dann nicht shorten, also ich finde es spannender, wenn man sagt, man geht nicht prozyklisch mit jedem neuen Hoch oder jedem neuen Tief in den Markt rein, sondern wartet erst mal ab, ob der Markt ein Stück zurückkommt. Oftmals hat man sonst das Gefühl, es ist natürlich nicht so statistisch, dass der Markt einen Peak ausbildet, den Trader einstoppt, in dem Fall uns, und danach die Richtung wechselt. Aber man nimmt es subjektiv oft so wahr, man denkt, warum passiert mir das? Und um diese Schmerzensphase nicht zu durchleben, vermeide ich solche Einstiege, sondern versuche im Rücksetzer einzusteigen. Also wenn der Euro-S-Dollar jetzt hier zurückkommen würde, bis 1,20, äh 1,12, warum sehe ich immer 1,20, wegen der 0, 1,12, 0,7, 1,12, 0,8 und dort keine weiteren Anstrengungen unternimmt, höher zu tendieren, würde ich den Short-Einstieg suchen. Und davon ausgehen, dass der Trend einfach locker-flockig weitergeht. Das große Bild immer vor Augen, im Stundenchart, wir waren bei 1,11,70 mehrfach gestern. Und ja, das sollte man auf alle Fälle immer beachten, das große Chartbild. Ansonsten ist man schnell in einem kleinen Trend gefangen, wo man denkt, ja, der könnte ewig laufen, aber der große zeigt schon ganz was anderes an. Diese Verschachtelung der Zeiteinheiten, der Michael Vogt hat, ist ja sehr, sehr gut dargestellt. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Band, aber in einem der Bände. Ja, aber generell in seinem großen Buch der Markttechnik macht er das ja auch formidable, zumal die Markttechnik, du hast ja vorhin auch das Buch von Joe Ross gezeigt, mit dem Ross-Haken, das ist ja nichts anderes eigentlich. Also indirekt ist das ja auch eine Art Markttechnik, also umgedreht, also die Markttechnik ist eine Art Joe Ross und Joe Ross wiederum eine Art Dau-Theorie. Aber grundsätzlich machen sie eben alle das, dass sie sich die Charts anschauen und das, was du sagst mit der Verschachtelung der Zeitebene, das ist schon nicht von ungefähr. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo man einfach sagen muss, da muss man einfach ein bisschen die Verschachtelung auch sehen, um sich dann nicht hier plötzlich überrascht zu fühlen, wenn eben das ein oder andere Hoppla-Hopp hier passiert. Jetzt auf aktuellem Niveau zum Beispiel, das ist ja ein Horizontalbereich, zumal ja auch 1,12 eine runde Hausnummer, sieht jetzt mal so technisch gesehen nicht uninteressant aus. Ja, das stimmt. Ich bin jetzt nicht der große FX-Trader, ich glaube, da bist du tiefer in dem Gebiet drin, aber ich glaube prinzipiell, wenn man die Charttechnik und das Verständnis, wie ein Trend sich aufbaut, wie die Marktteilnehmer in den Trend hineinkommen, weil man muss ja auch wissen, dass die Marktteilnehmer nicht wie wir One-Click-Trading fabrizieren, sondern ein großer Hedgefonds, der den Auftrag hat, 1000 DAX Futures einzukaufen mit einem Zielhorizont von vier Wochen vielleicht, weil gerade an der Zinsschraube gedreht wurde oder noch länger, der kauft sich sukzessive in den Markt ein. Der macht sich gegebenenfalls auch den Markt so ein bisschen, weil er ja durch seine hohe Stückzahl den Markt auch kurzfristig beeinflussen wird. Das weiß er auch, deswegen kann er nie drauf klicken, One-Click-Trading wie wir. Und das ist unser Vorteil, also das, was immer gesagt wird, die Hedgefonds und die großen Marktakteure wären im Vorteil, denn sie können schnell in den Markt oder den Markt bewegen. Ja, das ist doch eigentlich der Riesennachteil, denn wenn man das von der Costa Concordia sieht, dann winkt man kurz vor der Küsse und küsst und schon geht das Ding auf Grund. Das wäre mit seinem kleinen Schipper-Kahn nicht passiert, wenn er da seiner Estefania zuwinkt. Und das ist unser großer Vorteil, also während die Großen, wenn wir einen Trend sehen, der etabliert sich, während die Großen natürlich richtig schwitzen, ihre Positionen noch raus oder auch reinzukriegen. Deswegen der Aufwärtstrend ist nicht unbedingt ein Trend, weil die Aktien jetzt so toll sind und weil die Kleinanleger kaufen, sondern weil einfach auch der Performance-Druck vorhanden ist. Wenn man sich den DAX anschaut, 10% dieses Jahr, im Durchschnitt macht der DAX, wenn man es wirklich zurückrechnet bis auf die 80er, im Durchschnitt liegt der DAX bei 8% im Jahr. 8% ist sehr, sehr viel, ist 8% mehr als auf dem Sparbuch, also schon mal mega gut als Geldanlage, aber 8% mit dem ETF abzubilden ist einfach auch langweilig. Und wir versuchen als Trader natürlich, diese Performance ein Stück weit nicht nur auszuhebeln, sondern auch in Jahren zu erreichen, wo der DAX eben nicht diese 10% schafft. Aber die Großen müssen sich immer an einer Benchmark messen lassen. Die orientieren sich immer an einem Index letzten Endes, ob das ein Sektorenindex ist oder als Fallback, ganz groß gesehen am MSCI, am größten Weltindex. Das ist klar, aber irgendwo müssen die sich natürlich messen lassen, die Fondsmanager und die Fonds, weil ansonsten ihnen das Vertrauen entzogen wird, weil die Gelder dort abfließen. Und das versuchen wir natürlich auch irgendwo uns zu messen. Und da ist es ganz schick, dass man auch im Metatrader Statistiken ziehen kann, dass man kleine Kuchendiagramme bauen kann und, 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 und die Daten weiterverwendet. Und genau das haben wir früher sehr, sehr mühsam in einem Trading-Tagebuch, wie es so schön heißt, gemacht. Also wir haben unsere Trades aufgeschrieben, teilweise auch durch Ausdrucke ergänzt. Aber wir haben nicht die Möglichkeit gehabt, das alles schön rauszuziehen, so ein Report. Und letzten Endes muss man das tun, um seine Fehlerquellen und auch das, was einen stark macht, zu identifizieren und sich zu optimieren. Denn wenn man nicht weiß, was man getan hat, wie soll das dann weitergehen? Also das ist wie so, wenn der Hund zu Hause alleine sitzt und man ist den ganzen Tag im Büro, kommt nach Hause und vielleicht ist die Couch zerbissen, aber auch die Tür zerstört und der Kühlschrank war offen, dort wurde alles aufgefressen. Und dann schimpfen sie den Hund. Wie soll denn der Hund wissen, für was diese Aktionen er, aber er hat ordentlich in sein Katzankörbchen gekackt, ja. Also er hat was Positives gemacht und drei Sachen negativ. Und sie schimpfen. Also was soll in dem Hund, der ein einfacheres Gehirn hat, als wir Menschen denn vorgehen? Wofür wurde er jetzt gerade bestraft? Und das ist im Trading, wenn sie den Jahresreport nur sehen beim Broker und dann steht ein Minus. Ja, wofür wurden sie denn bestraft? Warum ist das Konto ein Minus? Und wenn sie aber genau wissen, wann sie welche Trades eingegangen sind, vielleicht kommt ja auch beim Filter der Märkte heraus, ihnen liegt nicht der DAX, sondern ihnen liegt nur der Eurostox 50, der ein bisschen sanfter läuft als der DAX. Im Future-Bereich sagt man, man nimmt zwei Eurostox Futures anstatt einen DAX-Future und damit klettert man die Performance, weil der einfach auch ruhiger läuft. Oder in den USA den S&P 500, traden anstatt den Dow Jones, weil einfach durch das höhere Volumen eine viel bessere Chart-Technik greifen kann. Und solche Dinge muss man eben auch gründen, für sich selber herausfinden. Und das geht, denke ich mal, im Trading-Tagebuch oder wie ich das so schön salopp genannt hatte, im Trading-Buch. Ich darf mal kurz meinen angestaubten Blog, den ich laienhaft führe und der aber optisch zum Metatrader passt. Moment, wieso eigentlich Bernecker? Das ist eine Frage, die auch... Ich sehe, du hast das alles nicht gelesen, sonst hier steht ja... Ich bestelle aber auch die Frage natürlich im Sinne des Auditoriums, mein Freund. Natürlich, natürlich. Ich hatte mich 2000 auf diversen Plattformen angemeldet im Internet, um einfach zu diskutieren, weil es ist sehr, sehr schwer, im Bereich Trading einen Gesprächspartner zu finden, mit dem man auf Augenhöhe spricht, wenn man etwas tiefer in der Materie steckt. Also man kann sicherlich, wie es damals beim Neuen Markt gang und gäbe war, ein paar Aktientipps mit dem Friseur besprechen. Aber wenn es etwas mehr in die Tiefe geht, dann übrigens kein kleiner Nebeneinwurf der Friseur, der damals die Neuen Marktaktien empfohlen hat. Den gibt es immer noch. Ich habe ihn neulich besucht, da hat er mir was von Bitcoins erzählt. Aber da kommen wir später nochmal zu. Ah ja. Kommen wir später nochmal zu. Ja, also es ist auf alle Fälle so, dass ich, um mitreden zu können in einer freien Community, in einem Chat, in einem Board, in einem Forum quasi, wie es so einige im Internet gab damals, mir einen Nicknamen zulegen musste. Also man muss ja erkannt werden. Und der Nickname, der mir eingefallen ist, ist natürlich mein normaler Name. Und Andreas Müller, da muss ich meine Eltern auch nochmal schimpfen, nachträglich ist jetzt für das Internet nicht SEO optimiert, wie man so schön sagt. Also es gibt einfach zu viele Andreas Müller und so, war auch der Nickname schon vergriffen. Da dachte ich, Andreas Müller mit Geburtsjahr oder nur Müller, Geburtsjahr, alles war schon weg bei Wall Street Online. Das war damals die Plattform, wo ich mich 2001 angemeldet habe. Und im Fernsehen lief der Herr Bernecker, der Hans Bernecker. Da habe ich einfach gedacht, Mensch, den Hans Bernecker, der erzählt ja ganz lustige Sachen. Ich fand den sehr, sehr spannend, so wie er die Börse erklärt hat. Er hat sie sehr, sehr einfach erklärt. Und deswegen habe ich mich mit dem Namen in Kombination mit meinem Geburtsjahr angemeldet, Bernecker 1977. So ist das Ganze entstanden. Das ist alles schon sehr, sehr viele Jahre her. 2001, glaube ich. Ja, genau. 2001 war das. Kurz nach den Anschlägen von New York. Und seitdem bin ich auf der Plattform unterwegs, habe, wie man sieht, knapp 100.000 Beiträge erstellt. Wow, meine Güte. Da kann man schon einiges nachlesen. Und Bitcoin habe ich neulich was zugeschrieben. DAX-Wochenvorbereitung fanden dann doch einige Menschen interessant. Ich bin in den Tages Trading Chancen, das ist die große Diskussion, die ich seit 2005 dort quasi mitgeprägt habe. Ein Urgestein spricht heute zu uns, liebe Leute. Ein Urgestein. Sozusagen, sozusagen. Aber nur im Internet, das Urgestein. Wohl weiß ich. Das ist ja auch, das Geburtsjahr, was du hier nebenbei so rausgekehrt hast, das kann ich auf das nicht glauben. Du kommst mir eher so vor wie Baujahr, sage ich mal, 88. Weißt du? Ja, also von Erfahrung her hat das nichts unbedingt mit dem Alter zu tun. Ich habe in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viele Börsianer kennengelernt, die entweder jung waren und schon über enormes Know-how verfügten, weil es heute viel, viel einfacher ist, an die Quelle zu kommen, also Wissen aufzubauen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch in vielen Seminaren, gerade in den Seminarräumen bei der World of Trading, sehr, sehr viel höhere Semester erlebt, die sich dem Thema erst jetzt widmen können, weil sie jetzt die Zeit und B, auch das Geld dafür haben. Denn ein Jugendlicher, der sagt sich, wenn ich nur 200, 300 Euro übrig habe für das Thema Trading, um da einen sinnvollen Profit rauszuziehen, wo man sich halt auch nicht nur einen Döner, sondern ein bisschen mehr leisten kann, muss ich mehr ins Risiko gehen. Und sobald ich mehr ins Risiko gehe, steigt natürlich auch die Gefahr, das Konto schnell platt zu machen. Und da denke ich, sind die erfahreneren Semester, von der Lebenserfahrung her, sehr, sehr gut unterwegs. Sie wissen das Geld zu schätzen, Sie wissen, wie schnell es weg sein kann und wie hart man dafür arbeitet und riskieren demzufolge relativ wenig von Ihrem Ersparten. Also auch das Trading-Konto ist nicht das ganze Ersparte. Das muss man auch im Hinterkopf behalten. Und deswegen hat das Alter auf der Geburtsurkunde nicht unbedingt etwas auszusagen über das Know-how an der Börse. Das stimmt. Das wollte ich dazu sagen. Absolut richtig, absolut richtig. Dennoch ist es natürlich so, dass man Zeit braucht. Also entweder autodidaktisch über Jahre selbst oder eben eine Art Mentoring, wobei es da auch viel, sage ich mal, Streu und Späne gibt. Und Weiz. Und Weiz. Ja, Späne, genau. Man muss halt überlegen. Man muss, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also man muss überlegen. Man muss überlegen. An der Fernhochschule meistern, weil mir dann einfach A, der Austausch und B, die Möglichkeit des Fragenstellens genommen wird. Und deswegen finde ich ein Coaching, wo ein Mensch direkt vor einem sitzt, viel, viel wertvoller. Oder heute das Webinar, wo man Fragen stellen kann, finde ich viel, viel spannender, als wenn man sich über ein YouTube-Video im Nachgang, klar, zeitlich geht es manchmal nicht anders, aber wenn man sich nur YouTube-Videos anschaut, wird man nicht so viel mitnehmen, denke ich, als wenn man in einem interaktiven Format sich austauscht. Ich schiebe nochmal die Analyse beiseite, weil mir, während wir so schön plaudern, auch noch ein Trade ins Kästchen geflackert ist. Und der ist eigentlich ein ganz kleiner, und zwar diese Schwelle zur Mittagszeit, wo der DAX sich nochmal abgedrückt hat von den Vortagestiefs, um runterzukommen. Er ist nochmal ran gelaufen. Ist die Frage, ob er sich hier entscheidet. Geht er hoch, dann ist durchaus möglich, dass er nochmal zur Gap-Kante 22 Uhr, das ist hier in dem 50er-Bereich, oder das Gap, was wir gesehen hatten, gleich zur Öffnung im großen Chart, also das wäre dann über 60, wenn er zu dieser Öffnungsschwelle kommt, oder 70 rum war das sogar. Und wenn er es aber nicht schafft, dann stehen die Chancen ganz gut, dass er noch einmal den Weg nach Süden sucht. Man kann natürlich immer versuchen, solche Dinge zu visualisieren. Hier habe ich nicht den Anspruch darauf, nach sauberster Chart-Technik vorzugehen, weil wir befinden uns im Minuten-Chart. Und ich trade hier, wenn man das als Trend sieht, auch nur den Rücksetzer, weil ja die Bewegung, die Tendenz ist seit dem Mittag aufwärts gerichtet. Hier habe ich auch schon meinen Take-Profit. Das sind nicht viele Punkte, die ich hier versuche mitzunehmen. Und das ist auch zweifelsohne nicht wieder zufällig gesetzt, weil ich denke, hier möchte ich raus, sondern auch hier kommt wieder genau diese Linie zum Tragen. Die horizontale Linie, ich kann es nicht oft genug wiederholen, aber Vortag ist tief. Und wir haben ja hier den Trade vor den Zahlen gemacht, zur Linie hin. Also quasi von 07, 08 bin ich rein. Zur Linie hin, zu 21. Und jetzt machen wir quasi das Reverse-Trading von dieser Zwischenerholung nach unten an diese Linie ran. Und zack, überschritten. Und auch der Trade ist im Kästchen. Also das war jetzt eine Sache von, weiß ich nicht, 10 Minuten, 5 Minuten. Ich habe immer kein Zeitgefühl, wenn ich mit dir plaudere, Christian. Das ist immer so schön. Das kann durchaus amüsant sein. Und ich sehe, es gefällt dir auch aktuell. Und du hast den Markt schon wieder gut eingefangen. Und ich habe auch eine Frage im Chat bei uns hier. Ja, das ist kein präpariertes Demokonto. Oben steht ja JFD Live 02. Das heißt, wir haben bei JFD Live Server 01, 02. Soweit deswegen, weil wir ein starkes Kundenwachstum in den letzten Jahren haben und einen Server nicht mehr ausreicht. Dennoch sind die Server synchronisiert. Das heißt, die Preise sind gleich. Es ist wurscht, ob Server 01 oder 02. Aber da oben steht ja JFD Live. Und das ist ein Live-Account. Auch mit der Nummer davor zu sehen. Also kein Demo-Account. Das heißt, der Andreas tradet hier seinen eigenen Account. Aber das ist auch insofern jetzt gar nicht so wesentlich. Aber die Frage kommt immer wieder. Deswegen nehme ich sie auch gerade auf. Es ist jetzt ein Realkonto. Wie gesagt, viele haben auch da, und Andreas hat ja heute Morgen selber, durch das Reden und Darstellung einen theoretischen Einstieg verpasst, den du sozusagen im Vorfeld ja skizziert hast und eigentlich gut eingefangen. Nach dem Motto, also wenn der da drüber geht, dann ist es im Prinzip ein Buy-Bias und genau gesagt getan, hätte man es umsetzen müssen. Du hast es in dem Fall nicht. Und mit einem Demo-Konto hättest du dann vielleicht eine Pending gesetzt oder wie auch immer. Es ist eben ein großer Unterschied, ob man sein Trading fokussiert vollzieht oder sozusagen einen Entertainment-Faktor mit so einem Live-Event draus macht. Und das ist schon eine Herausforderung. Deswegen verstehe ich auch Trader, die sagen, na, ich möchte nicht mit einem Live-Geld-Konto hier ran. Aber auf der anderen Seite, wenn man nichts zu verstecken hat, kann man natürlich auch mit einem Live-Geld-Konto hier rangehen. Und es ist aber in erster Linie auch eine Frage der Psyche. Das muss man ganz klar sagen. Also wenn man mit seinem Konto für sich tradet, okay, wenn man in der Öffentlichkeit mit einem Live-Konto tradet, da haben doch schon so manche Leute Probleme. Und es hat auch der ein oder andere Contest oder die ein oder andere Gegebenheit der Vergangenheit hat ja auch gezeigt, dass es da durchaus nicht so einfach ist für viele Marktteilnehmer da oder für viele Trader da dann auch wirklich abzuliefern, wie es so schön heißt. Aber du kriegst keinen Respekt vor dem Torsten, dass du hier praktisch da sozusagen live gehandelt bist. Ja, wie gesagt, ich meine, du hast ja auch schon live gehandelt mit einem Marketing-Account zwar, aber auch mit einem Live-Konto auf den IB-Days. Und das hast du natürlich auch sehr schön umgesetzt. Und da hat es auch nichts zu verstecken. Insofern, da weiß ich ja, dass ich da bei dir einen guten Mann an der Hand habe. Insofern fahren wir mal einfach fort, was hier abgeht. Die Amerikaner, den Dow Jones jetzt in gut einer halben Stunde, 35, 36 Minuten, machen die Amis auf. Handelst du dann am Nachmittag, wenn du nachmittags handelst, dann eigentlich den Dow Jones oder handelst du den DAX bis zum Cetra-Schluss und das war es dann? Och, sowohl als auch. Also ich mag im Dow Jones die Gaps sehr gerne. Das hatte ich heute Morgen mal ausführlich erzählt, wie die entstehen, wie die Marktteilnehmer sich hier positionieren und was da passieren kann, was da abläuft in den Order-Büchern. Und deswegen handel ich natürlich den Dow Jones sehr, sehr gerne, weil er hier uns zeigt und dann aktuell das Gap zeigt. Also der DAX hat ja sich dann wohl entschieden, bis nach dem Jahr, ob er sein Gap schließt oder nicht. Das ging bei uns in der ersten Handelsstunde schon. Das Gap zu, also der langweilige oder als langweilig titulierte Tag war dann doch nicht langweilig. Absolut, absolut. Hatten ihren Spaß, denke ich. Bisher, also ich handel beides. Ich versuche auch ein wenig, mir die Korrelationen anzuschauen, weil man aus den Korrelationen sehr, sehr viel lernen kann. Zum Beispiel hatte ich heute früh dargestellt, Euro, S-Dollar und DAX, dass es da durchaus Korrelationen gibt. Und hier macht es natürlich Freude, diese zu traden. Also ich schaue mir schon die Märkte auf unterschiedlichen Zeitebenen und so weiter an und versuche da, mir mein eigenes Urteil zu bilden. Zwischendurch suche ich jetzt gerade den IB-Tag. Da habe ich nämlich in der Tat, und auch das kann man ja nochmal einwerfen, hier kurz bevor der amerikanische Markt startet. IB-Days, auf meiner Seite Kategorie Veranstaltung. So sah es in der Tat aus, bevor es losging, also die andere Seite, die Zuschauer haben alle nur diese Kameraperspektive gesehen. Wir saßen als vier oder fünf Trader nebeneinander, hatten zwei, drei Monitore und konnten traden, erzählen über das Trading, die ganzen Sachen auswerten und haben zwischendurch natürlich auch noch eine Mittagspause gehabt, die mehr oder weniger erzwungen war, weil es 32 Grad Außentemperatur gab. Also in den Räumen mit der Technik war es natürlich etwas stärker beheizt. Nichtsdestotrotz hatten wir alle lange Hemden an und hatten den Dresscode gewährt. Am schönsten sah der Mann hier in der Mitte aus. Oh, holla. Ja, kann man mal unverblümt sagen. Wer war noch anwesend? Der Jens Glatt, selbstverständlich, den kennt man auch. Dann war noch, hilf mir auf die Sprünge. Heinrich Felixen. Heinrich Felixen, genau, das ist meine einer und der Mikael. Das ist der Mikael, Kamborov, aus Bulgarien, richtig, ein Import sozusagen aus Warner, unserem Backoffice, wo wir unlängst auch, sag ich mal, ein schönes Networking-Event hatten und ganz links nicht zu sehen war auch noch der Markus zu Gast. Stimmt, der Markus war, ja, das ist schwierig mit den Fotos zu machen, nicht weil der Markus zu viel Platz hat. Das habe ich nicht gesagt. Das hast du angedeutet, es klang fast. Nein, nein, er hat ja selber Bilder online gestellt, wo dann der Henry zum Beispiel nicht drauf war oder ich, also es war ja wirklich eine ganz lange Reihe. Also das fängt man in so einem kleinen Raum auch schwer ein. Ja, und wie lief das am Ende? Also wie schon gesagt wurde, habe ich auch dort ein bis zwei CFDs gehandelt, also nicht den Griff ins große Konto gewagt und am Tagesende ein Plus, wo manche schmunzeln mögen, herausgeholt. Aber man muss dieses ja immer vor dem Hintergrund des Kapitaleinsatzes sehen. Also wenn Sie, und genau das ist vielleicht auch ein Punkt, warum viele sagen, wenn ich mein Live-Konto handele oder eines meiner Live-Konten, die meisten Trader haben ja mehrere Konten, dann möchten Sie das nicht jetzt mit allen Auszügen ins Netz stellen, weil dann wieder eine ganz andere Diskussion entsteht. Es geht ja letzten Endes um die Handelssignale, um die Umsetzung der Handelssignale und um die Erarbeitung des Trades. Und es geht nicht darum, wie viel riskiert derjenige Trader von seinem Kapital in Zahlen, in absoluten Zahlen und wie viel holt er pro Trade raus in absoluten Zahlen. Also darum geht es nicht, denn das ist eine sehr, sehr subjektive Variante. Als wir mit Trading angefangen haben, wirst du mir sicher beipflichten, haben wir oftmals den Betrag in eine Ware umgerechnet. Also dass man sagt, heute habe ich ein Kasten Bier verdient oder diesen Monat den Mallorca-Urlaub ertradet. Aber letzten Endes macht einen das sehr, sehr nervös, wenn man immer die Relation in solchen Dingen aufwiegt. Also meine Frau hat dann immer gesagt, oh, eine neue Handtasche ist weg. Das ist hot. Ja, also die Kollegen und Freunde, die nicht so tief in der Materie stecken, die assoziieren natürlich immer einen Gegenwert. Aber wir müssen als Trader so professionell genug sein, dass wir sagen, das ist ein Handelskonto. Es dient dem Handeln. Ja, also wir ziehen da auch nicht jede Woche den Überschuss raus oder zahlen auch nicht jede Woche ein, um eine glatte Summe am Montag zu haben, sondern es muss über die Monate oder Jahre sich rentieren, logischerweise. Sonst bleiben wir beim Thema Hobby hängen und wir wollen ja professioneller und natürlich mit einer Gewinnerzielungsabsicht, wie das Finanzamt sagt, die ganze Sache betreiben. Und da ist es doch durchaus eine schöne Sache, wenn man wirklich mit ein, zwei CFDs anfängt. Oder auch geteilten Stückzahlen. Auch das geht ja mit CFD Brokers. Und rechnen Sie sich das hoch, wenn man 100 Euro am Tag, was nicht viel klingt auf den ersten Blick, aber das in 20 Handelstagen im Durchschnitt durchzieht, dann sind das auch 2.000 Euro und das ist, glaube ich, schon in Deutschland ein ganz gutes Nebeneinkommen, neben dem Beruf. Für viele auch das Haupteinkommen. Also auch das dürfen wir nicht vergessen. Das ist ja im Durchschnitt in Deutschland, ich glaube, das Durchschnittsgehalt liegt irgendwie bei 2.500 brutto auf ganz Deutschland gerechnet und da sollte man auch nicht größenwahnsinnig in die andere Richtung werden, wenn man mal eine Gewinnstrecke hat und vielleicht nicht vier Stellen oder drei Stellen, sondern vier Stellen Gewinn vorzuweisen hat. Das sollte man auf dem Teppich bleiben. Das passiert, klar. Man freut sich, wenn das passiert. Man hat auch dafür hart gearbeitet. Also es passiert ja nicht durch einen Lucky Punch in der Regel, sondern durch harte Arbeit, durch immer wieder dasselbe Setups abspulen. und so weiter. Und dann sollte man sich erden und sagen, okay, dann zahle ich mir was aus und genieße es, weil dafür habe ich auch gearbeitet, gönne mir ein schönes Wellnesswochenende oder was auch immer und dann geht es weiter letzten Endes. So sehe ich das. Aber das ist als Begründung, denke ich mal, ganz verständlich dargestellt, warum viele eben sagen, ich trade dann in Webinaren oder in Veranstaltungen mit einem Demo-Account, weil es wirklich um die Erklärung geht und man erklärt ja das Gleiche. Also es wird ja kein Trader in einem Seminar was völlig anderes erklären und zu Hause handelt er dann beispielsweise das Gegenteil, die Umkehrstäbe davon. Also das ist ja Quatsch. Macht keinen Sinn. Macht definitiv keinen Sinn. Aber das hast du gut erklärt. Und ich sage mal ganz, ganz annehmbar oder dahingehend, was du vorhin gezeigt hast, das waren ja knapp zwei Prozent. Das ist ja eine Rendite. Das hast du an einem Tag gemacht. Also wenn man das hochrechnet, hast du in einigen Jahren, wenn das immer so weitergehen würde, praktisch die Bilanz der EZB eingebucht. Wenn du praktisch immer so eine zwei Prozent Performance pro Tag machst, dass das natürlich auch nicht der Fall ist, muss man natürlich auch ganz klar sagen. Es gibt Tage, da greift man mal ins Klo, da hat man seine Würstchen-Stops und dann hat man halt mal ein Minus. Und im langen Mittel, wenn man dann, wie du sagst, aus einem Hobby durchaus auch einen Ertrag machen kann, dann ist das eine feine Sache. Aber ich gebe dir recht mit den Aufwiegen von gewissen Kapitalgrößen in Sachen, sei es jetzt hier ein Urlaub, eine Waschmaschine oder sei es auch nur ein Kinobesuch, das ist wirklich hart. Man darf das eben nicht zu sehr mit Emotionen beladen, solche Trades und sich da auch nicht verzetteln und verschachteln in eigenen Vorstellungen. Und das ist ganz gefährlich. Und man muss auch ganz klar sagen, um wirklich vom Trading leben zu können, bedarf es wesentlich größerer Accounts. Also da muss man dann wirklich schon in einer großen Account-Riege spielen, weil es eben auch Phasen gibt, wo entweder die Setups nicht kommen, wo man praktisch schlichtweg kaum handelt oder eben, wenn eine Durststrecke kommt. Wenn man einfach mal eine Phase hat, wo kein Geld reinkommt, weil davon auszugehen, dass jeden Tag 100 Euro verdient werden, das wäre natürlich schön. Zumal natürlich vor Steuer, nicht wahr? Ich meine, das Finanzamt in Deutschland mag sich ja auch beteiligen bei den Gewinnen. Insofern bleibt dann natürlich von 100 Euro auch nicht, wenn da 75 oder 64 Euro übrig bleiben, dann ist das schon mal gut. Ja, aber ich sage mal, die vollen 100 bucht man nicht ein. Das ist natürlich genau so ein Punkt, wo man immer wieder auch darüber nachdenken muss, dass das natürlich eine, sage ich mal, eine Herausforderung ist. Aber schlussendlich, das ist eigentlich das, was du sagst, wenn man es schafft, sein Geld zu erhalten, A und B eben dann durchaus nicht eine Einzahlungsstelle draus zu machen, sondern durchaus etwas, wo man eben kontinuierlich Erträge erzielen kann, ohne jetzt überschwänglich davon leben zu wollen oder monatliche Verdoppler da irgendwo reinzuhauen, da muss man ihnen auch ganz klar hier die Türen und Augen öffnen, wenn jemand daherkommt und sagt, er macht 100% im Monat. Das mag sein, das weiß der Andreas und ich auch, dass alles möglich ist an den Märkten. Ja, also man kann innerhalb kurzer Zeit richtig viel Geld verdienen, gar keine Frage, aber mit dem entsprechenden Risiko. Ja, und dass sowas natürlich mit 100% im Monat oder anderen Summen sicherlich nicht Monat für Monat duplizierbar ist, muss auch klar sein, weil je mehr Rendite man will, das ist ja das Risikodreieck, also Chance, Rendite, Risiko, muss man sich natürlich immer genau in diesem Kreis bewegen und sich da natürlich auch wirklich vernünftig sozusagen aufstellen und sich da eben nicht von so Marktschreiern da einfangen lassen, weil das ist schlichtweg unseriös und das wird auch, wie gesagt, auf Dauer nicht funktionieren. Wenn es so wäre, dann würden die Börsen an sich nicht mehr funktionieren, beziehungsweise wäre eben auch wahrscheinlich jeder von uns dann wohl nur noch am Kapitalmarkt aktiv, wenn es denn so wäre, aber es würde das ganze Kapitalmarktsystem natürlich aus den Angeln heben, es würde schlichtweg so gar nicht funktionieren. Gut, aber eine Frage, vielleicht auch eine Antwort, ich hätte da auch was, aber vielleicht lässt sich das auch so pauschal gar nicht beantworten, Andreas, und zwar, der Markt ist ja so ein Stück weit seitwärts am Plätschern da hier, die Amerikaner machen 25 Minuten auf, warten wir mal, was passiert. Der Euro, wie gesagt, fängt sich so ein Stück weit am Pivot Point, steuert wieder Richtung Open, wie ich das so sehe. Ja, also ein bisschen mal, so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, bevor die Amerikaner vielleicht jetzt kommen, aber die Frage, die ich habe hier vom Angel, Angel Leon wäre jetzt in Frage, ob das ein Mann oder eine Frau ist, die Frage ist, was wäre ein Mindestkapital, um davon zu leben, ohne zu aggressiv vorgehen zu müssen? Ich haue das mal ganz kurz rein, damit man auch nochmal, weil wir von den 5000 gesprochen haben, das habe ich auch mal schön aufgearbeitet, wie das mit dieser Hebel Margin Kontoübersicht und sowas aussieht, was man da eigentlich am Markt bewegt, ja, also wenn man 5000 Euro auf dem Konto hat und bewegt mit dem Hebel 1, bewegt man natürlich 5000, logisch, Hebel 2, 10.000, mit Hebel 10 schon 50.000 und dasselbe kann man natürlich auch mit einem Hebel 20 und 2500 bewegen, aber der Hebel wirkt halt in beide Richtungen und was du jetzt eben so schön sagtest, die Prozentrechnung, die geht halt auch in beide Richtungen, das heißt, wenn ich mein Konto halbiere, wenn ich 50 Prozent meines Kontos verloren habe, um dieses wieder zurückzuholen, ganz psychologisch schwer zu formulieren, zurückzuholen, klingt so ein bisschen nach Drucksituationen, aber man empfindet es ja so, man möchte sich das Geld zurückholen, braucht man ja schon 100 Prozent, ja, also 50 runter und man braucht 100, um wieder, also nicht zu tief in die Grube reinfallen, Häschen. Was der Kollege gerade jetzt fragte, wie viel Geld braucht man, um existieren zu können oder davon zu leben, ja, das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten, wenn wir einfach mal anfangen und sagen, wie viel braucht man im Monat, um leben zu können, wenn man wirklich die dünnsten und schlechtesten Döner schießt, sage ich mal, kommt man im Monat in Berlin, in Neukölln mit 1.000 Euro aus, ja, Monat 1.000 Euro, so, das sind dann aufs Jahr gerechnet, logischerweise 12 mal dieses Feld, kleiner Excel-Kurs, machen wir alles hier mit, 12.000 Euro, ja, also hat man 12.000 Euro, die man reinbekommen muss, so, jetzt mag einer, um es mal einfach zu rechnen, sagen, er hat 12.000 Euro Trading-Konto, so, dann hat er die 12.000 auf dem Trading-Konto, jetzt hat er das nicht richtig kopiert, also 12.000 auf dem Trading-Konto, braucht aber 12.000, um davon zu leben, das heißt, er muss um die 12.000 im Folgejahr wieder zur Verfügung zu haben, weil die lebt er ja ab, er hat ja jeden Monat, ja, jeden Monat die Kosten von 1.000 Euro, also jeden Monat Kosten 1.000 Euro, das ist dann im Januar halt die 1.000, im Februar sind es auch die 1.000, ja, und das kann man dann für das ganze Jahr einfach mal runterspielen, was da so rauskommt, November, einen Monat haben wir noch und es gibt keine Weihnachtsgeschenke, weil nämlich dann am Ende des Jahres 12.000 Euro Ausgaben stattfinden, so, und das Trading-Konto hat auch nur 12.000 Euro, ja, also wir haben 12.000 auf dem Trading-Konto, haben aber auch Ausgaben von 12.000, stehen also nach einem Jahr, wäre das Trading-Konto leer, wenn man immer, wenn es ein Sparkassenkonto wäre, kein Trading-Konto, das heißt, umgekehrt braucht er im nächsten Jahr wieder 12.000 Euro, um davon leben zu können, so, was ist das für eine Performance, wenn er 12.000 auf dem Konto braucht, um davon leben zu können, jeden Monat 1.000 erwirtschaften muss, dann braucht er ja im Jahr entspricht das nämlich 100%, also der Trader muss im Jahr 100% schaffen, wenn er von 12.000 Euro Trading-Konto leben möchte und hat nur Ausgaben von 12.000, das sind alles bereinigte Zahlen einfach, um es besser rechnen zu können, man kann das Ganze natürlich auch mit anderen Zahlen rechnen, so, aber man kann sich realistisch vor Augen halten, 100% Performance, wer schafft das? Jedes Jahr, wer schafft das jedes Jahr? Ja, also wenn, wenn mir jemand seinen Track-Rekord und seine Ergebnisse zeigt mit einem ansehnlichen Drawdown oder ich glaube auch 5 Jahre ist der Drawdown dann auch egal, wenn einer 5 Jahre lang jedes Jahr die 100% schafft aufs Trading-Konto, dann kann ich zu einigen Hedgefonds vermitteln, die dann auch mit Chauffeur und Blacklane und Audi A8 vorbeikommen und den jungen Mann oder Frau oder auch älterer Mann oder Frau, auch egal wie sie aussehen, abholt, weil dann ist man ein Genie. Der DAX zum Vergleich schafft im Jahr 8% passives Investieren, durch aktives Investieren möchten wir natürlich ein bisschen mehr erreichen, dann sind vielleicht 10, 20 oder auch 30 eine Kenngröße, die man erreichen kann, ja, sage ich ganz offen, kann und dann sehen die Zahlen aber auch wieder anders aus, denn wenn man nur 30% erreicht, 30% sind halt dann 360 Euro oder 3600 Euro und von den 3600 Euro Ertrag auf dem Trading-Konto kann man im Monat, wenn man das aufsplittet, 3600 durch 12, nicht leben, denke ich. Und dann, wie gesagt, die Steuer ist ja auch noch nicht berücksichtigt oder irgendwelche unvorhergesehenen Ausgaben, also das ist immer tatsächlich eine, und dann eben auch ein Monat des Throwdowns, ein Monat des Urlaubs, der Krankheit, des Nicht-Handelns, da sind so viele Parameter, wo man einfach sagt, man braucht also im Prinzip einen sechsstelligen Betrag aufwärts, um da wirklich auch ein Stück weit, ich will nicht sagen entspannt handeln zu können, aber eben auch, wie du schon sagst, die 100% sind sehr aggressiv, Angel ist übrigens ein Mann, danke für die Info, gebe ich dir recht, also 100%, das ist, wie gesagt, im großen Schnitt die besten Hedgefonds der Welt machen auf Sicht der letzten 20, 25 Jahre, also zwischen 15 bis 25%, George Soros, ne Quatsch, wie heißt der gleich, der Amerikaner, Brackshenheit, achso, nein, da bin ich jetzt, Dappert, von Omaha, unser Genie, wie heißt der denn jetzt gleich? Warren Buffett, genau, der ist ja glaube ich auch so im Bereich 25% oder was, aber wie gesagt, auch die Top-Hedgefonds der letzten 20, 25 Jahre bewegen sich ja zwischen 15 und 25% und wie gesagt, die schlagen den Benchmark, wie gesagt, DAX und S&P im großen Mittel hier bei 8% im Jahr schon um mehr als das Doppelte und das ist schon eine herausragende Leistung, weil sie eben aktiv aktiv sind und das ist wirklich dann schon das, also wenn man 20% im Jahr machen wird, um eine realistische Hausnummer zu senden, dann gehört man wirklich schon zu einem sehr, sehr elitären Kreis. Wir bei JFD Werf haben ja auch eine eigene Vermögensverwaltungssparte und haben da auch verschiedene Basket-Strategien, die teils aggressiver sind, teils aber auch konservativer. Man muss aber auch sagen, man muss immer das Ratio sehen, meine lieben Leute. Also wenn man hier von einer Rendite von, ich sag mal, 20% ausgeht, dann muss man ein Drawdown von 10% schon wegstecken können. Also ein Ratio 2 zu 1 ist dann immer zu empfehlen, also sprich, wenn man sich das mal an Rendite vorstellt, muss man mindestens auch zur Hälfte bereit sein zu verlieren und in diesem Ratio bewegt man sich. Und wenn man eben überlegt, man will theoretisch die 100% im Jahr schaffen, dann müsste man auch mal ein Drawdown von 50% aushalten können und das heißt eben dann auch nicht in einem Jahr Geld verdienen, sondern mal die Hälfte des Kapitals verlieren. Und das ist natürlich dann etwas, was in die Rechnung auch mit rein müsste. Das heißt, man braucht ein Stück Puffer an Kapital. Also es ist, wie gesagt, vom Trading leben zu wollen, ganz ehrlich, man braucht hier Summen, die gehen meines Erachtens in den sechsstelligen Bereich. Also wenn man davon leben wollte, will, neben dem ganzen Know-how, neben dem Setup, neben der Professionalität, neben dem Marktzugang, also ich sage mal, ein sechsstelliger Bereich ist da zwingend, eher noch mehr, weil man eben auch Durststrecken oder Phasen des Nicht-Tradings überleben muss und auch ohne Druck handeln können soll. Also das heißt, das ist ja genauso etwas, wo man sagt, man hat eine gewisse Tiefeentspannung, wenn man keinen Performance-Druck hat. Wenn man sich aber einem Performance-Druck aussetzt, dann neigt man zu unüberlegten Handlungen und dann neigt man eben auch zu Aktionismus oder eben zum Versetzen des Stop-Loss oder einfach mal den Stop weglassen. Und dann ist man im Prinzip in einer psychologischen Falle, die schlussendlich zum Katastrophenfall führt, nämlich dass man am Ende gar kein Geld mehr hat. Und also Trading leben, also was du vorhin gesagt hast, aus dem Hobby, sage ich mal, nicht, das ist übrigens etwas, was ich auch schon seit langer Zeit predige, aus dem theoretischen Hobby, Börse, Trading etc. unter Umständen eine Einnahmequelle zu machen, eine passive oder eine Nebeneinkommensquelle, das ist eigentlich eine Herausforderung, davon leben zu wollen, das ist echt eine Königsdisziplin und das bedarf einer langen, langen Zeit der Markterfahrung und das kann man definitiv nicht von heute auf morgen. Wir bei JFD legen da aber auch mal ein Programm in Kürze auf. Jeder von Ihnen, der praktisch hier im Trading-Bereich schon länger affin ist und sich da, sage ich mal, für tauglich hält, der kann, wie gesagt, bei uns dann auch sozusagen als Junior-Trader da praktisch mit seinem eigenen Geld erst mal zeigen, was er kann. und dann haben wir im Sinne unserer Vermögensverwaltung eben durchaus auch Möglichkeiten, da noch mehr Optionen zu bieten, aber man muss eben ganz ehrlich sagen, gerade wegen dem Skill-Faktor und insbesondere wegen der Psychologie ist der Beruf Trader also wirklich eine der größten Herausforderungen, die man sich stellen kann, wenn man eben davon leben wollte. Oder wie siehst du das? Ja, also die Prozente hat man ja vorhin schon Raum geworfen, wenn wirklich hier der 50% Rolldown eintritt und man hat nur noch 6.000, dann muss man ja bis zum Jahresende erst mal die 100% schaffen, um das Trading-Konto wieder auf Einstand zu bringen, dann hat man noch keine Ausgaben gedeckt. Also das ist schon Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wann soll ich dazu sagen? Ja, vielleicht auch noch das Thema vom Morgen aufzugreifen, denn da habe ich zarte Nuancen gespürt, dass es viele beschäftigt mit den CFDs und Zertifikaten. Da habe ich nämlich auch noch einen super Artikel, den ich gerne mal reinreichen möchte, auf Trading.de hat nämlich der Michael Hinterleitner, der auch das Portal Broker Deal betreut, den kennst du ja sicher oder persönlich kennen wir uns schon lange, hat 91.000 Trader untersucht und befragt, was sie in den letzten 12 Monaten gehandelt haben und hat die Ergebnisse, da gab es natürlich CFD-Trader und K.O. Zertifikate-Trader einmal verglichen und hat letzten Endes die Preisstellung verglichen, genau gerade zu News. News Trading ist ein Rietenthema, was es da auch teilweise für Aufgelder gibt. Die große Auswahl, das ist jetzt ein Screenshot, wie man ihn zum Beispiel bei Finanztreff findet. Man muss ja erst mal das richtige Instrument finden. Ja, also wenn ich einen Euro-US-Dollar suche, einen Hebelschein, muss ich erst mal mich durch die mehr als 500 plus X, das sind Tausende, Produkte durchwühlen. Ich muss mich für einen Emittenten entscheiden. Derjenige, der noch nicht alle Emittenten durchprobiert hat, dem fällt so eine Entscheidung logischerweise schwer. Also welche Emittenten, wen soll ich denn da wählen? Jeder muss seine eigenen Erfahrungen sammeln. Die haben auch durchaus Tücken. Also manche handeln nur bis 1730, manche sind Turbos, Smart-Turbos, XXL-Turbos, die haben unterschiedliche Namen. Also da erst mal durchzukommen, das ist natürlich Wahnsinn. Können Sie sich in Ruhe mal durchlesen, das ist ein Zweiteiler, weil es dann im zweiten Teil natürlich auch darum geht, wie die Kursstellung ist und die Verlässlichkeit. Und wir haben ja zum Thema Kursstellung die ganze Zeit das Beispiel vor Augen. Und hier ist einfach ein Klick Euro-US-Dollar. So, dann habe ich das Produkt, den CFD. Ich muss da nicht feinjustieren, ich muss nicht mir Gedanken machen über einen Verfallstag des Produkts, um Handelszeiten und so weiter, sondern ich kann direkt reinklicken. Und das ist ein mega Vorteil. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Online-Broker auch das Vehikel CFDs für sich entdecken. Also es kommen direkt eine Consource, Sparkassenbroker, Flatdex und so weiter. Überall kann man CFD-Konto, Unterkonten, wie es so schön heißt, eröffnen in Deutschland und kann die dann auch handeln. Da läuft natürlich die Abwicklung ein bisschen anders. Also vorhin hatte der Christian das schon angedeutet mit dem lieben Staat, der Steuer, die fällig ist, wo auch keiner diskutiert. Ja klar, auf Gewinne möchte jeder Steuern zahlen, weil man ist ja auch stolz, Steuern zahlen zu dürfen. Man hat ja was erreicht, dann zahle ich auch gerne meine Steuern. Da möchte sich niemand drum drücken. Wir sind auch keine, naja, lassen wir das Thema. Es gab in der Vergangenheit, glaube ich, auch einen, der mit der Steuer das nicht so hingekriegt hat, zeitnah. Wie gesagt, auch gleich, egal, lassen wir den Uli in Ruhe. In München war es auf jeden Fall. Ja, also auf jeden Fall ist es so, dass bei einem deutschen Broker, auch die Frage kommt häufiger, die Abgeltungssteuer sofort abgezogen wird und auch abgeführt durch den Broker selbst. Also das heißt, wenn man diese 96 oder 100 Euro am Tag erwirtschaftet hat, bleiben auf dem Konto über Nacht, wenn das gebucht wird, dann nur noch eben dann 74 übrig. Der Rest geht ans Finanzamt, wird direkt abgeführt. Vorteil, man muss sich um nichts kümmern. Nachteil, es ist einfach eine doofe Rechnerei, finde ich. Also man hat dann, wenn man zwei, drei Minus-Trades hat, zahlt man natürlich keine Steuern. Dann wird das mit den kommenden Plus-Trades wieder verrechnet. Dann zahlt man auf die wieder keine Steuern. Also da läuft im Hintergrund so ein Unterberechnungskonto bei der Bank ab, was für die Banken enormer Aufwand ist, wo man selber, wenn man das Trading-Tagebuch führt, ganz schöne Herausforderungen in Excel hat, um das alles bewältigen zu können. Das finde ich spannender, wirklich so einen Report zu kriegen, netto-netto quasi oder brutto-brutto, wie man es sieht, und am Jahresende auf die Summe brav die Steuern zu zahlen und fertig auszahlen. Und da gleich mal zwei Punkte, genau. Beim Euro-US-Dollar, wie gesagt, da eine kleine Anmerkung, das ist ja kein CFD bei uns, da musst du immer noch dran denken, aber das war vorhin in dem Wortel auf bei dir so rausgekommen. Liebe Leute, wir haben ja auch den Goldpreis als Interbanken-Spotpreis, also es ist sozusagen kein Derivat, sondern eben hier der Interbankenhandel, wo die Big Banks sich da beteiligen, und da wird auch bei uns Silber und Gold im Währungssymbolen ausgedrückt, XAU oder XAG, Schrägstriche US-Dollar, sind dann entsprechend die Währungssymbole Gold, Silber, die dann hier am Spotmarkt, im Interbankenbereich abgehandelt werden. Und CFDs natürlich sind dann die Indexprodukte oder Aktien-CFDs, die wir haben, oder eben auch ein Future CFD, wo man sagt, also DAX Future CFD, wo man sagt, das sind praktisch dann natürlich solche Derivate, die drauf sind und dann da drangestellt werden. Zur Steuer sei gesagt, die Frage kam nämlich auch von Thahir, wie es bei uns ist sozusagen, also da wir ja den Sitz regulatorischerseits nicht in Deutschland haben, ist es so, dass wir, oder der Kunde selbst am Jahresende praktisch ein Protokoll, das ist eine E-Mail ganz kurz nach dem Motto, ich brauche für das Finanzamt einen Nachweis des Accounts, Gewinn- und Verlustberechnung und dann kriegt ihr dann praktisch auch mit einem Stempel von uns da entsprechend ein Statement zugeschickt mit euren Positionen, Gewinn- und Verlust entsprechend aufgeschlüsselt, dann nochmal ein abschließendes Papier dazu und es gibt je nach Finanzamt Steuerberater, die dann, nicht Steuerberater, sondern Finanzbeamte, die dann nochmal nachfragen, noch eine Beschreibung dazu haben wollen, was sind jetzt Swaps oder diese oder jenes, aber im Prinzip reicht das Dokument dann tatsächlich aus, was dann praktisch von unserem Backoffice an sie rausgeht, aber da ist es natürlich anders, als der Andreas das vorhin sagte, im deutschsprachigen Raum, da wird es gleich abgebucht, was natürlich bei Verlusten ein bisschen blöd ist, weil da kann man nichts gegenrechnen, es sei denn natürlich, die Bank rechnet das intern gegen, aber bei Gewinn wird immer gleich gezahlt und der Verlust steht erstmal so zu Buche. Anders ist es bei uns, dass das praktisch am Jahresende vom Trader selber die Pflicht ist, diesen Report anzufordern und natürlich dann beim Finanzamt entsprechend anzupreisen, zumal man ja auch Verluste aus früheren Zeiten beziehungsweise des Vorjahres ja auch damit Gewinnen des laufenden Jahres verrechnen kann, also unterm Strich sollte man das durchaus machen, aber letztlich, wie gesagt, kann man es anfordern und sollte der Finanzamtbeamte irgendeinen speziellen Wunsch haben, dann gibt es eigentlich nichts, was wir nicht machen können, das heißt, der Kundenservice würde da auch ein separates Schreiben aufsetzen, zur Not, aber wenn da ein Stempel drunter ist, das mag der deutsche Beamte sehr und sowas haben wir tatsächlich auch noch, gerade für die Behördenstuben Deutschlands, dann sieht das schon nochmal ganz schön mit Charme befleckt aus und wie gesagt, da reicht dann eine E-Mail und dann haben Sie das, also passt soweit. Ich hatte in der Tat, um hier nochmal von früher eine kleine Story zu erzählen, ich glaube, die Geschichten von früher, die haben wir ja alle ein bisschen fetto, die kommen vielleicht auch ganz unterhaltsam an und zwar hatte ich immer quartalsweise die Orders von damals kommen direkt zugesendet bekommen und das wurde in der Tat ausgedruckt, also am Anfang kamen immer Briefe, so jeden Tag dann 30, 40 Stück für jede Transaktion ein Brief mit Porto, irgendwann rief mich dann der Kundenberater an und sagte, Herr Müller, haben Sie was dagegen, wenn wir das sammeln? Ich habe gar nichts dagegen, ich brauche es ja nicht zeitnah, ich sehe das ja im Internet und in meinem Trading-Tagebuch, was gelaufen ist, da brauche ich nicht die Briefe. Ja, dann hat er das Ganze zusammengefaltet oder weggeheftet, dann habe ich quasi quartalsweise so einen riesen Karton gekriegt, wo dann sechs, sieben große Leitsordner drin waren, alles schön weggeheftet und ich dachte, dass ich damit das Finanzamt beglücken kann, habe nur mal einen mitgenommen und dann hat die Finanzbeamtin, meine Sachbearbeiterin, gesagt, sie möchte das dann doch nicht alles einzeln durchgucken, ob ich es nicht digital hätte. Ja, und hat ihr mein Trading-Tagebuch natürlich nicht gereicht, weil es nicht offiziell war. Also musste ich meinen Kundenbetreuer kommen direkt bitten, mir das digital zu liefern und da waren sie kurzfristig an ihre Grenzen gestoßen, also laut der damaligen Aussage musste ein Praktikant einige, viele Stunden da noch extra für dich sein. Ja, die hatten wohl kein System, wo es als CSV exportiert werden konnte, die hatten natürlich die Trades auch digital, keine Frage, sonst hätten sie die Ausdruck nicht machen können, aber ob das jetzt extra für mich war, weiß ich nicht, es gibt ja mehrere, die aktiv an der Börse sind. Ruhig aus, ruhig aus. Und jedenfalls kam dann irgendwann die CD und dann habe ich die CD dem Finanzamt ganz stolz überreicht, die Sachbearbeiterin war im Urlaub, die Vertretung war da und da sagt doch die Vertretung zu mir, bringen Sie das doch mal bitte ausgedruckt vorbei. Ich war drauf und dran, die Frau zu Herzen. Ja, also was will man da machen? Ja, und ich habe das auch schon von anderen Tradern gehört, dass da teilweise jeder Finanzbeamte das irgendwie anders möchte. Der eine möchte eine CD, der andere, dem reicht es, wenn man das im Mandelbogen N oder sonst wo Kapital Dingsbums, bin kein Steuerexperte, wie man hört, einfach nur als Endsumme vermerkt und der Dritte möchte wirklich die Ausdrucke und ja, viel Spaß. Also setzen Sie sich persönlich doch mit dem Beamten in Verbindung und fragen Sie, wie er es denn gerne hätte, denn jeder, wie gesagt, mag es anders und es gibt keinen Standard leider in Deutschland und da ist wiederum diese Abgeltungssteuer bei deutschen Instituten ein Vorteil, weil das Ganze digital schon fertig ist. Ja, also muss ich dann, ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Jetzt haben wir das Pendant auch ein Stück weit abgearbeitet. Die Märkte, wie gesagt, sind jetzt hier noch ein Stück weit im Schlummer-Modus. Mal gucken, ob da jetzt noch ein bisschen was geht zu den Amerikanern. Hansi, auch mir noch eine Frage, wie viel könnte ich denn mit 1.000 Euro oder einem 1.000 Euro Konto im Forex-Handel zum Beispiel beim Euro-Dollar bewegen, Kontraktgröße? Wie gesagt, Hansi, das ist, insofern kannst du mit 1.000 Euro tatsächlich ja schon anfangen, da Erfahrungen zu sammeln und je nach Hebelart, ja, wir können, wie gesagt, den Hebel justieren von 1.50, 1.100, 1.200, 1.400 bei den Major-Pairn und im Prinzip würdest du ja dann praktisch mit einem Hebel von 1 zu 400 praktisch mit einem 1.000 Euro Konto so gut wie ich das jetzt ableite, 400.000 Euro praktisch bewegen können. Du musst aber bedenken, dass du dann also eine Lot im Forex-Handel sind 100.000 Einheiten, das wäre praktisch ein 4-Lot, die du dann praktisch sozusagen da mal abfeuerst und als Margin hinterlegst und wenn sich der Euro-S-Dollar, also die vierte Nachkommastelle um einen Punkt bewegt bei vier, sage ich mal, Lots als solches, also bei vier Handelseinheiten, dann bist du hier in einem Bereich von rund 9 bis 10 Dollar pro Punkt, das heißt dann ein Pip ist in 40 Dollar oder 40 Euro ungefähr, wo es dann sich nach oben und unten bewegt und wie beim DAX Future, wo ein Punkt 25 Euro sind, reden wir hier über einen enormen Hebel, um Gott des Willen, ja, wenn das für dich läuft, dann hast du dein Kapital, deine 1.000 Euro Einzahlung relativ schnell verdoppelt, aber es kann eben auch ganz schnell gegen dich laufen und dann ist eben die Margin auch mit einem Gegenlauf weg, ja, wenn das Ding zum Beispiel dann eben nur zwei Pips gegen dich läuft, dann bist du schon mal oder drei Pips, dann bist du schon mal über 100 Euro hinten, das heißt minus 10% direkt und drei Pips bewegt sich der Euro-S-Dollar im Sekundentakt, das heißt, da musst du ganz, das ist die Herangehensweise ein Stück weit anders, dann lieber mit einem kleinen Hebel, mit einem kleinen, also selbst wenn du mit 1.000 Euro anfängst, dann kannst du theoretisch die Mikro-Lot handeln, ja, das heißt, also ich habe gerade von den Einheiten gesprochen, 100.000 ist die Standard-Lot-Größe, die am Forex-Markt im Übrigen zuvor, also es gab früher keinen Mini-Lot, ja, das sind die 10.000 oder die Mikro-Lots, die es mittlerweile gibt, das sind dann die 1.000 Einheiten, also es ist schon kleiner geworden und da kannst du im Prinzip hier mit ganz kleinen Einheiten arbeiten und dann sind es nicht mehr 9 Euro, wo sich der Pippe bewegt, sondern sind es nur noch 90 Cent, Schrägstrich 9 Cent und das ist natürlich eine Größe, mit der man arbeiten kann, wenn man, sage ich mal, auch ein kleineres Konto pflegt und hegt und bitte hier der Appell, nicht den Hebel nach oben antizipieren, nach dem Motto, hey, jetzt soll ich 1.000 Einheiten machen, hier mit einem großen Hebel meine Action und habe schnell 2.000 Euro, das Geld ist schneller weg, als man gucken kann, hier geht es eher darum, Markterfahrung zu sammeln und mit dem Micro-Lots, also wirklich die Mindesteinheitsgröße im Forex-Markt, das sind dann eben 1.000 Einheiten, da ist man im Prinzip eben auch schon dabei, mit einem 1.000 Euro Konto sich da ein Stück weit bewegen zu können und verliert halt keine Euro-Beträge, sondern Cent-Beträge, wenn es gegen einen läuft, ja, aber es geht um das Sammeln von Erfahrung und da, wie gesagt, bitte nicht das Traden oder auch das Anlegen oder Handeln mit ein Stück weit Casino verwechseln, das darf man nicht tun, weil sonst ist das Geld wirklich schneller weg, als man gucken kann und das wollte ich an der Stelle an Hans-Joachim nochmal geben, ne, ja, man sieht das ja an der Bewegung heute, also wir waren ja im Hoch bei knapp 1.12.5 und sind jetzt unter 1.12 gewesen, das ist quasi ein halber Cent, den der Euro zum Dollar verloren hat und da kann man so ein Konto mit so einem hohen Hebel entweder verdoppeln oder plätten und das kommt für mich ein Münzworf gleich, also das muss man nicht haben. Ne, genau, also bei den 40 Pips, wie gesagt, da wäre das Konto schon längst platt, also wenn man jetzt wirklich so eine 4-Lot gefahren hätte und die wären gegen eingelaufen, also wie gesagt, im Forex-Markt handelt man eben die vierte Nachkommastelle als PIP, bei Yenper ist es die zweite Nachkommastelle, aber ohne es zu kompliziert zu machen, die PIP oder der PIP ist praktisch die Recheneinheit, der Punkt sozusagen am Forex-Markt, wenn man die vierte Nachkommastelle handelt, dann ist man da wie gesagt mit standardisierten Lot-Größen am Markt schon sehr aktiv, aber da muss man dann auch Konten haben, die in den Bereich 25.000, 30.000 Euro plus gehen und jetzt eher nicht im Bereich 1.000 Euro und in dieser Range dann lieber die Micro-Lots handeln. Dafür gibt es die auch, die 0,01 ist das dann praktisch wirklich die kleinste Einheit oder 0,1 sind dann eben die 10.000, damit kann man dann durchaus agieren und da bewegt sich auch was auf dem Konto, gar keine Frage und vor allen Dingen, wenn sich etwas gegen einen bewegt, dann eben auch in einem Maße, wo man nicht gleich einen Rinnsaal im Nacken hat oder vor Panik ausbricht, dass das Geld weg ist, weil so darf es natürlich nicht sein, dann hat man was falsch gemacht, wenn man ein Trade abfeuert und plötzlich schwitzen anfängt, dann weiß man, dass man eine zu große Size fährt oder eben hier, sag ich mal, weit weg von dem ist, was eigentlich das Ziel sein soll, nämlich, dass man den Handel auch entspannt, in Anführungszeichen, es ist natürlich immer ein Kick oder eine Herausforderung, keine Frage, das will ich jetzt nicht verallgemeinern, aber es ist trotzdem so, dass man trotzdem eine gewisse Relaxtheit an den Markt bringen sollte und das geht sicherlich nicht, wenn man überhebelt ist. Ja, und wenn man schwitzt, könnten es aber auch die IB-Days sein, weil wie vorhin gesagt, da war es ziemlich heiß, vielleicht noch als Einschub, weil wir das erwähnt hatten, mit neben dem Beruf Traden, also der Vorteil ist, um es mal ganz klar herauszuarbeiten, ja auch, also ich habe drei Vorteile herausgearbeitet, man muss keine grundsätzlichen Entscheidungen treffen, wenn Sie Unternehmer sind und Trading ist eine Unternehmung, finde ich, man kriegt sofort Feedback vom Markt, ob die Position richtig oder falsch liegt, man macht eine Steuererklärung, man macht eine Bilanz, man bereitet sich vor, man geht irgendwie in die Akquise, guckt sich neue Geschäftspartner, Kontenmodelle, Broker, was weiß ich, an, also man kümmert sich darum, man bildet sich weiter in dem Bereich, man hat eine gewisse Technik, mit der man am Markt arbeitet, denn der Metatrader muss ja auch irgendwo laufen, also ein schneller Rechner wäre nicht schlecht, es muss kein High-End-12-Monitor-System sein, aber der Rechner sollte schon gewissen Anforderungen genügen, um da schnell rein und raus zu kommen und die Software eigentlich gleich rausschmeißt, ja, also Sie müssen keine grundsätzliche Entscheidung treffen, wenn Sie Ihr Risiko und Money-Management quasi beachten, ja, weil ein Trade macht gar nichts, zwei Trades auch nicht, auch 100 dürfen Ihr Konto nicht kaputt machen oder verdoppeln, sondern einfach für ein kontinuierliches Wachstum sorgen. Der zweite Punkt ist, Sie haben auch keinen Druck, Gewinne erzielen zu müssen, wenn Sie es neben einem Beruf machen, denn Sie wissen, dass Sie mit Ihrem Beruf oder mit Ihren anderen Tätigkeiten, das können ja wie gesagt auch Mieteinnahmen, Tandien und sonst was sein, Ihr Grundeinkommen gesichert haben, ja, und wenn Sie darüber hinaus etwas dazu verdienen, können Gewinne erzielen, dann ist das sehr schön, aber Sie müssen das nicht, ja, also Sie schreiben am besten virtuell das Geld ab, also nicht im Sinne von, ich riskiere alles, das Geld ist sowieso weg, sondern Sie blenden es einfach aus Ihrer Gesamtbilanz, Ihres Vermögens, einfach erst mal aus, wenn Sie auf das Tradingkonto oder 2000 Euro oder irgendwas überweisen und nehmen somit den Druck raus, Sie müssen keine Gewinne erzielen. Die Gewinne kommen von alleine, wenn Sie kontinuierlich Setups anwenden, die eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Der dritte Punkt ist, Sie sind niemandem Rechenschaft schuldig, also sich selbst, selbstverständlich, es macht auch Sinn mit jemandem, der Ihnen nahe steht, das kann auch der Partner sein, immer mal wieder drüber zu schauen, um Ihre mentalen Schwächen zu überlisten. Also man kann sich ja selber verarschen, auf Deutsch gesagt, und alles schönreden, den Stopp weglassen, das hatten wir alles vorhin mit dem Löwen, das möchte ich nicht nochmal aufwärmen, den Löwen. Man kann sich ja selber in die Tasche lügen und sagen, ja ich wollte das so, oder heute ist ein Tag, da nimmt man keine Stopps, es ist Feiertag, oder, oder, oder. Es gibt so viele Oder und Beweggründe, wo man etwas anders macht, aber wenn jemand aus der dritten Perspektive, also quasi ein Coach oder ein Partner oder jemand, der sich auch mit dem Thema vertraut gemacht hat, Sie fragt, warum haben Sie genau diesen Trade an der Stelle eröffnet, warum war der Stopp so weit weg, wenn er sonst immer 20 Punkte am Markt war, dann müssen Sie das begründen können, wenn Sie das nicht begründen können, dann ist das Ganze ja nicht professionell, ja, aber prinzipiell müssen Sie niemanden Rechenschaft ablegen, das unterscheidet Sie ja auch von dem Hedgefondsmanager, der nicht aus dem Bauch heraus irgendwas machen darf, weil dann gibt es richtig Ärger, Ärger, Ärger. Genau, das wollte ich nochmal einstreuen, um das Thema auch abzuschließen, dass es durchaus Vorteile haben kann, neben dem Beruf mal ein wenig zu traden. Wir wollen aber auch die amerikanische Eröffnungen nicht verpassen, das ist der Dow Jones, der 24 Stunden läuft. Hattest du dich vorher eigentlich vorhin beantwortet, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, Andreas, handelst du am Nachmittag jetzt dann doch lieber den Dow oder den DAX? Die hatte ich beantwortet mit sowohl als auch, also ich schaue mir im Dow den Chart an und das Gap, da gibt es natürlich noch einen anderen Dow Jones, den werden wir uns jetzt dazuholen, das war der New Yorker Session, den hast du schon drin da. Genau. Ja, aber das ist der, der rund um die Uhr läuft quasi. Unten hast du drin, unten Cash, äh, NY. Ne, links auf der Seite bei der Marktübersicht hast du ganz drunter, da kannst du rechts draufklicken und dann ein Chartfenster, da kannst du den reinholen. Eins, zwei, drei. Ich hatte den nämlich schon vorbereitet. Das ist der DAX. Dann ist ein Chartfenster. Ah, da ist er. Ah, ich weiß, aber ich weiß, dass du das auch magst. Ein bisschen mag ich das, ja. Ja, wir machen das schwarz-weiß erstmal, wir können natürlich auch, was habe ich denn noch abgespeichert, also man kann sich hier verschiedene Vorlagen abspeichern, ich habe zum Beispiel hier auch mal schön rot-grün gemacht. So, wir holen uns das mal beides auf den Markt, auf die Marktseite. Der DAX weiß noch nicht, wie er reagiert, das ist auch eine Phase, wo man den DAX nicht handeln muss zur US-Eröffnung, weil dort natürlich nicht nur die Trader aus New York noch Position rein speisen, sondern weil auch manche Aktien parallel notieren, also früher hatte man die Möglichkeit durch Abitrage, wenn man sehr, sehr schnell war, Gewinne zu erzielen, das geht heute nur noch auf technischer Basis, also früher konnte man wirklich noch mit einem Taschenrechner da sitzen und sagen, ach, die Telekom an der Wall Street, die kaufe ich jetzt mal, rechne um, die könnte ich in Frankfurt dann 20 Cent teurer verkaufen, übertrieben gesagt. Also so lief der Abitrage zwischen verschiedenen Marktplätzen, das geht heute alles technisch vonstatten, da kann man nicht eingreifen. Was aber bei den technischen Sachen dann sehr schnell sichtbar ist, ist die Volatilität zur Eröffnung, die Kerze, die kann im DAX dann durchaus mal 10, 20 Punkte in die eine oder andere Richtung gehen, das beachten wir aber nicht weiter, weil wir dem zu der Zeit nicht handeln. Was wir beachten, ist den Dow Jones, ich ziehe mir mal hier hoch, dann habe ich einmal den Index zur Handelszeit New York, das heißt, wir haben einen Gap, hier gab es das Closing, über 21.000 Punkten, hier gab es einen Aufwärtstrend, alles super bis zum Handelsende. Die Kerze ist ein bisschen größer zum Handelsende, weil da natürlich die Daytrader und zu denen zähle ich mich ja auch, ihre Position irgendwann glattstellen und nicht nachts die Zinsen zahlen möchten, die Finanzierungszinsen, denn und auch das noch als Hinweis, sie handeln ja auf Margin, also sie handeln ja beim CFD-Handel etwas viel größer, viel mehr Kapital, als sie auf dem Konto haben, das haben wir jetzt bestimmt schon fünfmal gesagt quasi, wo kommt denn das Kapital her? Gut, das wird uns, interessiert uns nicht weiter, wo es herkommt, im Notfall von Herrn Draghi direkt, aber was uns interessiert ist, wie das Kapital denn finanziert wird und da gibt es durchaus Zinsen und die Zinsen zahlen sie nicht auf die Margin quasi, also wenn sie 200 Euro an Margin gebunden haben von ihrem Konto, dann zahlen sie nicht auf die 200 Euro die Zinsen über Nacht, sondern sie zahlen auf den Betrag, der am Markt, also über den Hebel quasi gedreht wird, darauf zahlen sie die Zinsen, das kann durchaus dann mehr sein, je nach Hebel, wenn sie ein 200er Hebel fahren, können die Zinsen nicht ganz unerheblich sein. Ja, auch ein Grund, warum Daytrading vielleicht cooler ist irgendwie, oder? Ja, die Finanzierungskosten, die hat man definitiv, so ist es auch genauso im Währungsbereich, wobei hier noch der Aspekt eben von Zinsstarken und Zinsschwachwährung ins Kalkül gerät, wo wenngleich wir natürlich gerade im angelsächsischen westlichen Bereich oder auch Japan ist ja nun wirklich Fernost, aber da in Niedrigzinsphasen uns befinden, gibt es ja dennoch Länder, und da spreche ich jetzt nicht unbedingt von der Türkei, sondern eben beispielsweise von Australien oder Neuseeland, die hier eben doch durchaus noch Zinsen über 1 haben, ja, also Leitzinsniveaus und das sind auch Leitzinsdifferenzen, Währungsdifferenzen, die man dann eben im Prinzip in der Nacht auch zahlt, Schrägstrich auch einen positiven Ertrag bekommen kann, wenn man eben eine zinsstarke Währung gegen eine zinsschwache Long spielt, umgekehrt, wenn man die Short spielt, die zinsstarke Währung gegen die zinsschwache, zahlt man hingegen Zinsen. Das sind auch Finanzierungsgebühren, die sich aufgrund der Leitzinsdifferenzen ergeben, und ja, da fallen in der Nacht tatsächlich Kosten an, am FX-Markt, können es aber auch Erträge sein, wie gesagt, aber beim CFD-Bereich hat man definitiv die Finanzierungskosten, eben aufgrund der Margen und eben aufgrund der Strukturen, die im Prinzip eben das genau veranschaulichen, dass man hier sozusagen einen Kredit bekommt, einen Handelskredit, mit dem man arbeiten kann, und die sind nicht ganz unerheblich, ja, also die Finanzierungskosten, gerade wenn man längere Positionen hält, muss man auch hier bedenken, und das ist auch gerade im Trading wichtig, die Handelskosten sind auch ein Riesenfaktor langfristig gesehen, gerade wenn man im Intraday-Bereich arbeitet, Andreas, das müssen wir mir wahrscheinlich bestätigen können, langfristig gesehen ist der Part Kosten, und da rede ich jetzt noch nicht mal von den Finanzierungsgebühren, wenn du Positionen über Nacht hältst, sondern eher so die Transaktionskosten, sind ein großer Faktor in der, sag ich mal, Performance-fressenden Seite, oder? Das stimmt, ja. Da muss man schon drauf achten. Genau, gerade im Intraday-Bereich, also ich meine, das ist übrigens das, was auch immer viele vergessen, ich meine, ich will jetzt hier Rendite machen, ganz schön und gut, aber natürlich kostet die Software was, der Zugang zum Markt kostet was, die Real-Time-Preise, die man hier bekommt, kostet was, und das ist im Prinzip in der Handelsgebühr, in der Commission, normal mitverarbeitet, aber die muss man ja langfristig auch erst mal verdienen, ja, und das wird bei vielen auch so ein Stück weit unter den Tisch gekehrt, und deswegen ist es auch wichtig, dass Sie einen günstigen Zugang zum Markt bekommen, ja, deswegen achten Sie ruhig mal auf Spreads, gerade im Währungsbereich, ich sage mal, im Index-Bereich sind wir hier mit einem Punkt relativ gut im Markt positioniert, wir haben auch im letzten Jahr massive Senkungen vollzogen, wir waren im Index-Bereich, sind wir 60% von unserer Kommission runtergegangen, das ist mega viel gewesen, das hat trotzdem den Kunden zuvor auch keinen Abriss getan, über uns zu handeln, weil sie wussten, dass wir im Prinzip hier keine Spielchen treiben mit euch als Tradern, sondern im Prinzip hier eben keine Interessenskonflikte haben und euch durchrouten an den Markt, der Punkt ist aber einfach, durch diese Senkung eben, ist das Handeln natürlich auch günstiger geworden, eben gerade im Index-Bereich um 60% und das ist doch schon eine Hausnummer, die indirekt zur Performance-Verbesserung auch beiträgt, deswegen achtet da ruhig auch auf Kosten und eben auch auf die Spread-Größen, gerade im FX-Bereich kann ich das nicht oft genug sagen, wenn es Ihr Euro-S-Dollar handelt, bei irgendjemandem im Bereich zwei Pips, dann habt ihr in Anführungszeichen eine Verzehnfachung des Spreads, weil der Interbankenspread ist bei 0,2 und da mit einem Spread von zwei Pips, das ist ja wirklich das Zehnfache aufzufahren, stelle ich mir schon die Frage, wer da zwischendrin hier sich sehr viel Geld vereinnahmt und deswegen achtet immer drauf, schaut euch unsere Core-Spreads an im Interbankenbereich, das ist wirklich ein gutes Leveling, an dem man sich orientieren sollte und da spart es hier richtig Geld langfristig und das ist auch ein großer Punkt. Aber Andreas, du bist schon wieder fleißig am Zeichnen. Ja, ich bin ein bisschen am Zeichnen, weil ich denke, dass man hier eine spannende Situation vorliegen hat, also wir haben hier den, das Gap, den Gap, das Gap, der Markt hat aber von der Öffnungskerze aus, er war ja sogar vorbörslich schon fast bei 21.100, das Level nicht nochmal erreicht, pendelt jetzt so ein bisschen seitwärts und ich gehe davon aus, dass wir auf alle Fälle das Gap nochmal ein wenig anknabbern werden, wenn nicht sogar schließen. Der Euro sieht auch stark aus, muss sagen, der Euro kommt jetzt auch wieder ein Stück weit in Richtung Opening zurück, das passt auch wieder in das Koordinationsbild von vorhin. Ja, das stimmt, der Euro ist ein bisschen erstarkt, in den USA ist, wie man sieht, noch nicht viel passiert, aber das kann immer schnell gehen, wie man im DAX heute Morgen ja gesehen hat, wenn es in Richtung Gap geht, wobei der DAX ja Feiertagsvolumen aufweist und in New York ist ganz normal Session, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Sinn macht, durch New York mit so einem Bollerwagen, mit einem Kasten Bier oder so zu ziehen, obwohl da gibt es auch alles, da gibt es alles, glaube ich. Das stimmt wohl. Ja, und da spekuliere ich, es gibt zwei Möglichkeiten darauf zu spekulieren, die eine Version ist, dass man sich in dem Index, der rund um die Uhr getaxt wird, den Aufwärtstrend markiert oder die Aufwärtstendenz und sagt, okay, es kommt nochmal zurück, beziehungsweise wenn es zurückkommt, dann gehe ich auf steigende Kurse, das ist der Stundenchart, also das heißt, wir haben hier im Stundenchart langfristig eine Aufwärtsbewegung seit 23. Mai, also schon durchaus ein paar Tage, wenn man das Ganze ein bisschen runter bricht, auf dem 5-Minuten-Chart sieht man hier kaum was, das ist dann derselbe wie hier, nee, das ist sogar der M1, ich mache den mal auf M5, so, dann sieht man, dass es hier eine Aufwärtstendenz gibt, also keine saubere Linie, aber die Tendenz ist vorhanden und man kann entweder darauf spekulieren, dass es nochmal abrallt, um dann neue Hochs einzuziehen in den Markt oder dass wir in das Gap hineinrutschen. Wenn wir in das Gap hineinrutschen, ist das für mich ein schönes Signal in Richtung dieses offenen Gaps, was bis hier runter geht, sogar noch ein klein Stück weiter zu traden. Dazu kommt ja, die Unterkante ist in etwa die runde Marke von 21.000, das macht also doppelt Spaß, wenn es losgeht, man sollte hier nicht unbedarft reinklickern, das macht dann überhaupt keinen Sinn, sondern das Signal abwarten, letzten Endes, der Markt gibt das Signal vor und davor muss man nicht aktiv werden. Ja, was ist, im DAX passiert nichts, also wir pendeln um diese Vortagestiefs, das ist für mich überhaupt nicht charmant, also hier stellt sich überhaupt nichts dar. Ja, wirklich so ein bisschen umher, da muss man ganz klar sagen. Genau, also vielleicht hättest du das nicht sagen dürfen mit Mittags, dass man sich ein Bier gönnt, sondern hättest du Disziplin aufrufen sollen, dann wären auch noch mehr jetzt am Markt und nicht die Hälfte verschwunden. Ja, das ist jetzt wetterbedingt, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber hier knallt die Sonne im süddeutschen Raum so richtig mal runter jetzt, also wir nähern uns wirklich warmen Temperaturen und der Flow scheint sich jetzt ein bisschen zu beruhigen, aber ich meine, wenn die Amerikaner hier mal einen Satz machen, ich denke, da wird der eine oder andere dann doch noch hier auch mit aktiv werden beim DAX, würde ich zumindest mal vermuten. Ja, also sie müssen ja auch über die internationalen Korrelationen so ein bisschen nachziehen, da gibt, der DAX koppelt sich ja nicht wirklich ab. Aber es war ja eine Zeit lang mal so, gerade weil du das Thema ja ansprichst, also wir hatten ja bei den Amerikanern Allzeithochs noch und nöcher und der DAX, der notierte noch tausend Punkte tiefer, das hat er jetzt innerhalb kürzester Zeit mal so ein bisschen aufgeholt. Ja, weil es in Europa diese Unsicherheit gab mit Frankreich und so weiter, Griechenland, das hat gerade niemand auf der Uhr übrigens, Griechenland, die fallen ja schon wieder um neues Geld, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen und es war damals auch noch mit, was ins Gewicht fiel, der fallende Euro-US-Dollar, also der fallende Euro zum Dollar und das ist sehr, sehr interessant, also da wurde von fast allen großen Instituten schon die Parität als ausgemachte Sache ausgerufen. Ja, ich hätte sie auch gern still und heimlich ihr Sentiment geändert haben, dass sie jetzt davon ausgehen, dass der Euro als starke Export geeinte Nation, jetzt ist der Brexit von der Abstimmung her durch, noch nicht umgesetzt, aber erst mal, wie sagt man so schön, verwaltungstechnisch in die Wege geleitet. Ja, also das ist auf alle Fälle getan und ansonsten kann Europa jetzt stabilen Zeiten entgegenblicken. Es wird auch davon ausgegangen, dass es in Deutschland keine starken Verwerfungen gibt zur Bundestagswahl. Vielleicht war das ja auch so ein bisschen wahlkampfbedingt, dass der Obama mit Angela Merkel einen Auftritt hatten. Sie hat ja was sehr Winziges gesagt, also man stellt sie ja sich immer so ein bisschen als, ja, mir fehlen jetzt die richtigen Worte, es wird ja aufgezeichnet, man stellt sie sich so ein bisschen konservativ vor, sagen wir es mal so, ist sie aber nicht. Also die macht durchaus sehr, sehr viele Scherze. Ja, vielleicht nicht alle vor dem Mikrofon, aber sie ist ein sehr lustiger Mensch und das sollte man nicht vergessen. Sie hat zum Beispiel heute gesagt, in Deutschland wird 500 Jahre Reformation gefeiert. Der Herr Obama ist extra zu Gast. Wir haben ja auch seit den 500 Jahren eine enge Beziehung zu Amerika, weil ja in etwa vor 500 Jahren auch Christoph Kolumbus drüben war. Das fand ich charmant. Hoppala, na gut, den Schalk muss man ihr lassen, ja, das gebe ich zu. Das macht sie schon ganz gut. Ja, mal sehen, wie das ausgeht, aber auf alle Fälle wird es nicht zu großen politischen Verwerfungen kommen, da wir auch keine extremen Euro-Kritiker oder Euro-Austritts, wie sagt man so schön, Euro-Austritts- Bekundungen in Deutschland gibt, also die sich auf eine breite Mehrheit fußen, wie das beim Brexit war. Also breite Mehrheit ist vielleicht auch übertrieben bei 51 Prozent, aber waren auf alle Fälle prozentual viel, viel mehr, die das kritisch sahen, als es in Deutschland der Fall ist. Und Deutschland wird ja eher von anderen Ländern als kritisch angesehen, weil wir zu viel exportieren. Habe ich auch letzte Woche erst gelesen im Handelsblatt, wir exportieren zu viel und die anderen Länder finden das nicht gut. Ja, das ist ja, ich sage mal, das ist natürlich, Deutschland ist da ja eh, sage ich mal, ein Stück weit die Lokomotive, die ja mehr und mehr ausgebremst wird, ja, aber immer noch Lokomotive ist. Das muss man natürlich ganz klar sehen, wo Deutschland stehen würde, wenn das alles ein bisschen anders gelaufen wäre in den Vergangenheiten. Dann davor sicherlich auch international immer der größte Respekt und insofern sind viele wahrscheinlich auch froh, dass da Deutschland so sich dem europäischen Konsulat sozusagen angeschlossen hat und das Ganze auch weiter vorangetrieben werden soll. Frage ist eh ohnehin, ob das funktioniert, eine Währung, aber mit unterschiedlichsten Wirtschaftsräumen und unterschiedlichen Steuer- und auch Rechtslagen. Das ist natürlich genau das, wo man sagt, da so ein Mantel drüber zu spannen, ist die große Preisfrage, ob das überhaupt funktionell ist. Aber das Experiment Euro läuft weiter und es wird auch wohl weitergehen. Und ja, wie gesagt, mit dem Euro, der Tragi hat ja unlängst auch, oder wie gesagt, die EZB als solche ja unlängst auch ein Stück weit zurückgerudert nach dem Motto, na nun, so allzeittiefe Zinsen ist auch nicht unbedingt das Ansinnen. Also nach dem Motto, wir fahren jetzt hier noch ewig diese Anleihekaufprogramme, das Quantitative Easing European Art oder auch was immer. Das heißt, das wird schon ein bisschen in die andere Richtung gerudert. Man darf mal abwarten, wie das Ganze weitergeht. Letztlich die Märkte, ich sehe es gerade hier, der DAX, der schraubt sich jetzt mal ganz anständig nach oben. Ja, kein Wunder, weil der DAX sich vom Gap erst mal entfernt. Also all diejenigen, die denken, dass Gap-Trading so eine easy Nummer ist, wo man das Gap identifiziert, vielleicht mit einer Farbe noch markiert und dann reinklickt und das war's. So einfach ist es nicht. Ich glaube, du uns das gerade speziert hast, mein Guder. Na, ich habe hier noch keinen Pfeil reingemacht. Der Pfeil ist das Signal. Nein, also man sollte wirklich erst einsteigen, wenn es in die Richtung geht, wie auch hier im DAX dieses Gependel war, nicht abzusehen, dass das Gap gleich geschlossen wird. Und der Druck scheint hoch zu sein. Weiterhin hoch. Gestern nach dem FOMC-Protokoll in den USA haben ja schon viele Käufer den Markt wieder für sich entdeckt, nachdem es in den letzten zwei, drei Wochen nach unten ging. Man kann sich auch die aktuellen Zahlen durchaus mal auf den Monitor rufen. Ich suche die gerade mal zusammen, damit wir auch direkt wissen, was passiert ist. Wenn ich jetzt bei Finanztreff in Dow Jones, oh hier, eine interessante Werbung. Wann kommt der nächste Crash? Das möchte ich auch noch kurz anmerken. Bitte. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen mal das große Bild auch anschauen. Das würde mich natürlich bei dir auch mal interessieren. Gerade jetzt vor der Headline hier, das wäre mal gar nicht so uninteressant, wie du den DAX auf Monatsbasis siehst, im Big Picture, in der Gesamtbetrachtung allgemein. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Wahrscheinlich auch die Zuschauer. Das war übrigens auch ein Punkt, das war heute gerade im Sinne des Feierabend-Tradings oder Feiertags-Tradings-Events vielmehr jetzt hier auch mal schauen, was kann man eigentlich als Berufstätiger machen? Ja, als Berufstätiger kann man auf alle Fälle eins tun und zwar langfristig in Aktienanlagen investieren. Also die Aktie ist das einzigste Renditeobjekt, was langfristig Performance bringt. Damit meine ich nicht die Aktie, also eine, dass man das ganze Geld in ein Unternehmen steckt und sich dann freut, ob das funktioniert oder nicht. Auch wenn man solche Charts sieht, wie bei Apple, die wirklich seit Jahrzehnten steigen, heißt das nicht, dass das in der Zukunft genauso sein wird. Breit diversifizieren, Aktien kaufen, weil das ist im Niedrigzinsumfeld, wie Frau Merkel das Wort geprägt hat, alternativlos ist es wirklich. Also das ist, das sage ich jetzt nicht nur so, sondern das sollte man tun, das verstehen die Amerikaner sehr, sehr gut. Die machen das ein Leben lang und das ist auch kein Sozialsystem. Genau, die müssen das machen. Also in Deutschland wird es leider noch nicht so gefördert, wird aber noch kommen, denn unser Renten- und Sozialsystem ist auf Dauer nicht so finanzierbar. Also das ist das Grund, der Grundsockel für die Altersvorsorge, investieren Sie in Aktien. Ja, also da möchte ich keine hervorheben, einfach breit. Also es kann auch passiv sein über ETFs oder irgendwelche vielleicht auch ein bisschen aktiver über Fonds, die Ihnen, oder Fondsmanager, die Ihnen sympathisch sind und vor allem auch eine gute Headline, nicht Headline, sondern Performance, liefern, nicht nur eine Headline, so wollte ich sagen, es gibt ja durchaus auch, welche, die mehr Interviews machen als am Desk sitzen, das sind vielleicht nicht die, die mit Performance am Ende überzeugen. Also schauen Sie sich das in Ruhe an, was da passiert und entscheiden Sie sich für zwei, drei Anlageprodukte. So und diese müssen natürlich abgesichert werden, weil wie man hier so schön sieht, S&P 500 seit 1996 gab es immer wieder Blasen und wir sind sehr, sehr, sehr stark gestiegen. Ja, das kann man natürlich damit begründen, dass die Zinsen so niedrig waren, wie seit, das habe ich gelesen, von den Querdenkern. Ja, die Querdenker sind zwei Autoren, die auch auf Tradingtreff zum Beispiel schreiben, die auch zwei Buchpreise eingesackt hatten die letzten Jahre, die sehr, sehr gut über Industrie 4.0 und was das mit unserem Leben anfängt, philosophieren und das finde ich spannend und die hatten unter anderem in ihrem Buch geschrieben, wir haben so niedrige Zinsen wie seit 5000 Jahren nicht mehr. Ich habe mal in der Familie rumgefragt, kann sich auch wirklich keiner erinnern, dass es so niedrige Zinsen gab. Also durchaus möglich, dass das so stimmt und das treibt einerseits natürlich die Aktienmärkte, auf der anderen Seite, sobald sich das ändert, sobald es wieder Zinsen gibt und die Tendenzen gehen dahin, in den USA gab es schon Zinsanhebungen, die EZB zieht immer etwas zeitversetzt den Amerikaner hinterher und vielleicht ist der Herr Draghi, der wird ja auch nicht ewig seinen Job machen, da rückt vielleicht ein Verfechter der Bundesbank nach, der durchaus für Zinsen zu haben ist. Unlängst gelesen, ja, ja, richtig, richtig. Genau, und dann könnte das schon wieder ganz anders aussehen und sobald diese Zinsen nach oben gehen, als risikolose Anlagen, gehen natürlich auch die Versicherer, die Lebensversicherer, die quasi einen Garantiezins an ihre Kunden weitergeben müssen, sicherheitshalber auch zu einem großen Teil in diese sicheren Produkte. Klar, wenn es die gibt, gehen Sie da rein, nutzen Sie die und das wird dann ein wenig die Luft aus dem Aktienmarkt entweichen lassen oder aber es könnte etwas Politisches passieren und da habe ich, wie heute Morgen schon mal angedeutet, Nordkorea so ein bisschen mit einem Auge im Blick, weil dieser Krisenherd, der lässt sich nicht so einfach durch Diplomatie lösen. Also klar, mit den IS und so weiter im Nahen Osten, da ist auch nicht mit Diplomatie immer so viel zu holen, aber die Lage scheint sich dort insgesamt ja in Richtung Entspannung hin zu orientieren. Also es eskaliert dort nicht weiter, was man aber von Nordkorea nicht unbedingt sagen kann. Also da weiß man nicht, wie schnell sowas eskalieren kann und wenn das eskaliert, dann ist das wirklich nicht irgendwie mit so Maschinengewehr Wüstenkämpfern quasi oder irgendwie mal zwei Sachen abwehrt. Da geht es um Langstreckenraketen, das muss man sich mal vor Augen halten. Wir sagen, das ist weit weg, aber das betrifft uns alle und vor allem durch die Vernetzung der Finanzmärkte wird es uns alle betreffen, denn wenn es zu einem Krieg kommt in dieser Größenordnung, dann betrifft es alle Finanzmärkte. Es ist einfach so. Ja und da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, ich möchte gar nicht weiter auf die menschliche Seite eingehen, das macht mich dann glaube ich nur wütend, was da passiert. Dann gilt es natürlich für die großen Versicherer, die Bestände an Aktien abzusichern, denn so eine Versicherung wie die Allianz, die muss man auch hintergrundmäßig wissen, die kaufen nicht irgendwelche großen Aktienblöcke und verkaufen sie unterjährig wieder und verkaufen sie dann nächstes Jahr wieder, wenn der Analyst sagt, das ist super. Nein, die kaufen sie wirklich über Jahre hinweg, behalten sie die im Bestand und haben die auch nicht im Keller liegen und gucken immer mal mit einer Inventurliste, ob alles noch vorhanden ist, sondern verleihen diese Aktien und das ist auch noch mal ein Thema, was man vielleicht in einem anderen Webinar ausbauen kann. Wie geht denn dieses Short Selling, wie geht denn dieses Leerverkaufen von Aktien, warum können Leute Aktien verkaufen, die sie nicht haben? Ja, sie burgen sie sich woanders, also das ist quasi Short gehen in Aktien, man burgt sich die Aktien, wirft sie auf den Markt als Verkäufer und versucht sie dann, weil man ein Interesse hat, dass der Aktienkurs fällt, billiger zurückzukaufen. Die Differenz ist der Gewinn, genau dasselbe wie mit Short gehen beziehungsweise mit dem Verkaufen von CFDs, da verkauft man ja nicht wirklich die CFDs, sondern das ist halt ein, wie sagt man da, Finanzmathematik, ein Konstrukt, ein Finanzkonstrukt. Ein Differenzgeschäft, so heißt es ja. Ein Differenzgeschäft, genau. Man profitiert von der Differenz zwischen Kauf- und Verkaufszeitpunkt. Und bei Aktien ist es eben noch ein Stück realer, weil die Aktien wirklich ausgeliehen werden. Dafür bekommen die Versicherungsgiganten dann natürlich auch einen Zins, eine Leihgebühr und die sichert schon mal den Grundsockel für diese Verträge ab, für diese langlaufenden Garantiezinsverträge. Und wenn es dann auch noch Festgeld gibt irgendwo mit ein paar Prozent Zinsen, dann sind die total hellhörig, dann haben die den Grundsockel schon erreicht. Da es das aktuell nicht gibt, müssen sie am Kapitalmarkt investieren und das treibt die Kursen natürlich auch entsprechend. Aber das kann natürlich, wenn das Zinsumfeld sich ändert, umschlagen. Und jetzt komme ich eigentlich zur Kernaussage. Lange Vorrede. Lange Vorrede. Jetzt bin ich schon da. Also egal, wann Cash kommt oder irgendwas, wie ein großer Versicherungskonzern können auch Sie ein Depot absichern. Also man kann mit dem Absicherungsrechner von Finanztreff kostenlos einfach registrieren, ein virtuelles Portfolio eingeben mit den ganzen Werten, die man hat und dann gibt es entsprechende Produkte in der Suche, mit der man dann je nach Risikolevel möchte ich 10% Kurs Einbrüche absichern, 20, 30, 40, was auch immer, kann man das Portfolio dann absichern. Ja, das ist für Privatanleger so in der Form noch nicht möglich gewesen. Also echt ein super schickes Tool. Wie sind wir dahin gekommen? Das ist jetzt nur eine Werbeeinblendung für dieses Tool. Wir wollten mal schauen, wie der Dow Jones sich so entwickelt hat. Und der Dow Jones hat sich in der letzten Woche mit 2% schon relativ stark entwickelt. Im ganzen Monat nämlich hat er nur 1,2% geschafft. Auf 6 Monate 9,7% und im laufenden Jahr, also in diesem Jahr von 19.700 6,32%. Das ist schon brutal. Auf Gesamtjahressicht, also nicht, dass das Kalenderjahr und das ist ein Jahr rückblickend, sind es 18%. Also es ist weit über dem mehr als das Doppelte des normalen statistischen Durchschnitts und deswegen ist die Frage durchaus berechtigt, wie hier oben, wann kommt der nächste Korrektur. Nennen wir es Korrektur, klickt vielleicht nicht jeder das Wort Korrektur. Da ist Crash ein bisschen dramaturgisch. Das ist medial natürlich dann immer ein Stück weit aufgebauscht, weil es gibt ja, ich sage mal, gefühlt sicherlich sind wir schon vom Zyklus her sehr, sehr weit gereift. Also ich hätte ja auch so zwischen 2014, 2016 mit einem Top an den Märkten gerechnet, ja, rein zyklisch bedingt. Da gibt es ja so eine, auch eine hervorragende historische Ableitung. Der eine oder andere wird auch wissen von den Artikeln zum S&P 500 mit seinem Siebenjahreszyklus. Das ist sehr, sehr interessant. Da sind wir aber gerade schon drüber, deutlicher drüber. Es gibt Ausfälle in solchen Phasen, das hatten wir zuletzt auch zur Dotcom-Phase, dann steigt der Markt einfach signifikant weiter und lässt einen Zyklus aus. Aber es gibt eben immer Auf- und Abwärtstrends und ihr habt es ja gerade am Chartbild auch gesehen vom Andreas eben mit der Crash-Einblendung. Wir sind ja seit dem Tiefst 2009 mit der kleinen, sag ich mal, mit dem kleinen Rücksetzer im Jahr 2011 durch Fukushima bedingt. Das war natürlich auch relativ starke Panik am Markt. War es aber so, dass man seit 2009 generell gesehen nur anstrebende Kurse hat und ein Zyklus geht so sieben, acht Jahre und wir sind jetzt dann schon bald im Jahr Acht Nummer neun, wo man einfach sagt, jetzt ist es zyklisch wirklich heiß, aber the sky is the limit. Ich meine, solange das Geld billig ist, solange Assets gesucht werden, solange eben auch gewisse Blasen an den Märkten weiter befeuert werden, kann das alles weitergehen. Aber du sagst es selber und da ist ja auch das, wo wir uns so ein bisschen jetzt so raus, also ein bisschen weg vom Intraday-Markt zum Globalen hingeben, dass man sagen muss, auch die Big Banks rechnen langfristig wieder mit Zinssätzen im Bereich von 4 bis 5 Prozent. Und wir sind aktuell bei null. Also man darf mal davon ausgehen, dass wir solche Niedrigzinsphasen, wie wir sie denn jetzt erleben, sicherlich nicht die nächsten 30, 40 Jahre erleben. Wenngleich, gerade in Amerika hat im Kreditwirtschaftssystem schlechthin die Frage im Raum steht, wenn die Zinsen wirklich aggressiver steigen sollten, wer soll denn die Zinslast zahlen? Die Verbraucher sind ja alle überschuldet, hochtreiben. Wenn dann noch die Zinslasten größer werden, dann ist man in so einer Spirale, die oder dessen Ende wir noch nicht ableiten können. Aber schlussendlich wird es die Aktienmärkte wohl weiterhin geben, solange es das kapitalistische System gibt. Und diese sind in Summe nicht auf eine einzelne Aktie bezogen, sondern in Summe aufwärts gerichtet. Da kann man sich auch den S&P 500 der letzten 100 Jahre anschauen oder Dow Jones eben. Die Geschichte wird sich fortschreiben. Man kann sich auch mal die Marktbreite anschauen. Also es ist nicht so, dass der Gesamtbreite Markt S&P 500 gestiegen ist, sondern es sind wirklich wenige Einzelwerte, die extrem outperformen. Also Apple hatte ich ja vorhin genannt. Das sind wirklich wenige Werte, die gut laufen und die den Index nach oben ziehen. Das ist gefährlich. Genau, deswegen kommt, glaube ich, so ein Absicherungstool zur rechten Zeit. Und wenn man sich langfristig die Sachen anschaut, dann ist der Trend ja intakt. Also man kann sich durch die Linien reinklicken. Ich hatte ja vorhin was zur 200-Tage-Linie gesagt. Nichtsdestotrotz, also man handelt sich natürlich nicht an jeden Punkt, aber es ist eine gute Orientierung. Und auch hier sind wir ja jetzt schon 1.500 Punkte weg. Die 200-Tage-Linie ist bei 19.620, wie man hier sieht. Gerade dieser letzte Schwung 2017 sieht man hier unten am Volumen. Gab es Heavy Volume, also die hier eingestiegen sind, die mussten teilweise, die gerieten unter Zwang. Das war nicht nur, ich finde Aktien toll, Sympathisanten, sondern das waren wirklich große Eindeckungen von Instituten, die auf eine Krise spekulierten. Also auch ein George Soros, der immer mal eine Milliarde verloren hat. Jetzt erwähne ich ihn zum vierten Mal. Entschuldigung. Ja, aber er hat es ja öffentlich publiziert, seine Put-Option auf S&P 500. Das war schon vom Standing her hier eine klare. Damals, wir wissen alle in den 90ern, also zumindest der, der sich mit der Historie auseinandersetzt, oder damals schon aktiv war, also die Wette gegen den britischen Fund, das musste er, ich meine, damit wird er ja heute noch gelobt preist, beziehungsweise eben, sage ich mal, seine Wette gegen die Bank of England. Und ich sage mal, ich will nicht sagen, dass er Ähnliches versucht hat, aber sein Wort hat natürlich schon Stellung. Wenn man sagt, der hat hier eine Milliarde, sag ich mal, Dollar auf Short-Put-Optionen sich mittlerweile aufgesammelt, dann überlegt man natürlich schon, hey, so falsch kann der vielleicht nicht liegen, aber schaut euch an, was passiert ist. Der Markt ist ja weiter ungebremst durch die Decke gelaufen. Genau, also auch er kann den Markt nicht vorhersehen, das kann niemand und das ist auch gut so, sonst würde das ja auch die Spannung aus dem ganzen Markt nehmen, wenn man sagt, ja, ich sehe es vorher, so wird es laufen, ja. Um Gottes Willen, aber das mit den Zinsen, ich sehe es gerade hier von dem Beitrag von René, du hast recht, die USA, also auch die Verschuldung vom Bruttoinlandsprodukt oder Japan, das ist das Verschuldete Land schlechthin, also bei 300 Prozent bald, wo man einfach sagt, das ist natürlich ferner lief, ja, und steigende Zinsen sind definitiv Gift, genau für das Ganze, deswegen kann man sich so das nicht vorstellen, dass die Zinsen jemals wieder die früheren Niveaus erreichen, aber wie gesagt, wir können alle nicht in die Kristallkugel schauen, was wir aber machen können und da gibt es auch viele, die die Charttechnik da ein Stück weit, sag ich mal, nicht dem Rang geben, den man eben ihr geben sollte, denn mit einem Chart haben wir praktisch ein Schaubild der Marktpsychologie, ja, und die ist jetzt hier, wir sehen es sehr schön, seit 2009 von dem T, wie tief ausgehend, hier immer stringent nach oben gerichtet, und das zieht sich hier mal ganz sauber durch und man muss einfach sagen, der Trend ist so lang intakt, wie das Angebot, besser gesagt, die Nachfrage des Angebots überwiegt und wir sind in so einer Phase und es wird sich vielleicht ein Top herausstellen, es wird auch wahrscheinlich mal eine 20, 30 Prozent Korrektur geben, ob das dann der große Crash ist, ja, das sei mal dahingestellt, gesund wäre es nur, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es denn kommt, ich will nicht hoffen, durch eine geopolitische Krise, wie du schon vorhin ansprachst, Korea, ich meine Flugzeugträger und der ganze, also was da so alles aufgefahren wird international, man muss nur wirklich gucken, dass sich das nicht weiter hochschraukelt, aber Gefahr ist da und wenn da natürlich irgendwo mal so ein Sack umfällt, dann kann das so ein Pyramiden-Domino-Effekt sein, wo das dann mal relativ schnell geht, aber sowas gehört eben zu den Märkten dazu, wenn ich den Chart hier sehe, das ist schon eine recht anständige Entwicklung, zumal, wie du sagst, die HOS, also die letzten Impulse werden nicht von allen Aktien getragen, zumal auch die KGVs, das sind natürlich Unternehmenskennzahlen, die muss man jetzt nicht immer für wahre Münze nehmen oder als alleiniges Merkmal, aber das ist alles schon relativ hoch und stark, das heißt, aber wie gesagt, Geschichte erfindet sich nicht neu, sie wird immer wieder neu von Generationen erlebt und ob es das Tulpen-Manie war oder die Dotcom-Blase oder was auch immer für historische Ereignisse, Immobilienbrase, es wiederholt sich in einer gewissen Art und Weise und ich denke mal, trotz Korrektur, wenn sie denn kommt, dann wäre ich einer der Ersten, der bereit steht, um die Aktien günstiger wieder einzusammeln, denn wie du damals sagtest oder damals, das erzähle ich vorhin, ein gutes, solides Aktieninvestment oder ein Portfolio aus vielen ist sicherlich langfristig gesehen nicht der verkehrteste Weg, um sich eben hier unabhängig vom Trading eben hier langfristig was aufzubauen und da, liebe Leute, kann ich schon mal einen kleinen Vorwurf geben in Richtung Herbst diesen Jahres, seid ihr da mal gespannt, was wir da zur WOT auffahren werden, Schrägstrich, wir haben da auch noch in unserem Newsletter entsprechende Kundtun verbreiten im Sinne eines neuen Projektes, eines großen Tools, was wir da anlegen, was eben auch in die Richtung geht, dass man sich selbst sozusagen um seine Anlagen kümmert und ich sagte ja vorhin auch, dass wir eine Vermögensverwaltung haben, da auch PropTrader durchaus suchen, die fähig sind, aber wir natürlich auch eigenes Systeme und Inhouse-Leute haben, die dann sozusagen hier mal ein Stück weit nach draußen treten und das wollen wir im weiteren Jahresverlauf dann eben auch breit zugänglich machen und da dürft ihr euch mal drauf freuen, da gibt es vielleicht auch die eine oder andere Alternative, wo man sagt, hey, da könnte ich doch auch mal eine Anlageform oder da habe ich eine Anlageform entdeckt, die praktisch neben meinem eigenen Trading einfach so eine Art Differenzierung meines Portfolios darstellt und das wird auf jeden Fall ein spannendes Thema, dürft ihr euch drauf freuen, kommt im Herbst, nur mal so als Vorabankündigung und du Andreas, wirst es eh wissen, wenn wir dich dann sozusagen mal mit bei der einen oder anderen Sache ins Boot holen, da bin ich schon mal gespannt, wie wir da weiter kooperieren werden. Ja, vielleicht auch noch so ein kurzer Einwurf, wie man die beiden Dinge kombinieren kann, also Trading und langfristige Anlage und zwar durch eine ganz einfache Geschichte, die ich auch sehr gerne in meinem privaten Umfeld immer empfehle, bei Freunden, die für ihre Kinder ein bisschen was vorsorgen möchten, denn die haben ja viel Zeit, also bis das Kind studiert, das sind ja in der Regel 19 oder 20 Jahre und die Zeit mit dem Zinseszinseffekt ist ja ein Geschenk, also es ist ja wirklich Wahnsinn, wie man da noch was optimieren kann und da würde ich genau bei solchen Charts nicht darauf spekulieren, dass man sich die Entscheidung leicht macht mit einem ETF-Sparplan beispielsweise, um jeden Monat 50 Euro oder was auch immer in den Sparplan einzuzahlen und der Markt wird schon langfristig steigen, das tut er in der Phase ja, aber wenn man die Phase noch ein Stück länger zieht, sieht man durchaus mal DOS-Strecken, wo das ganze Sparplanprinzip eben nicht funktioniert, also wenn man zur Dotcom-Blase den DAX bei 8000 gesehen hat, danach ging er noch mal bis 2600 runter, um irgendwie sieben Jahre später oder so wieder bei den 8000 zu stehen, das ist schon eine enorme DOS-Strecke und wenn der Markt 30% korrigiert, heißt das nicht, dass er das schnell wieder aufholt innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre, aber das ist dann auch wieder eine Chance, also ich empfehle dann immer, insofern man das Empfehlen nennen darf überhaupt, da gibt es ja auch Disclaimer, also ich rate aus meiner Perspektive heraus immer, das Geld auf einem Tagesgeldkonto oder sonst wie anzusparen und nur bei Marktkorrekturen dann das Geld, was angespart wurde, zu investieren, also wenn ich für mein Kind oder für den Enkel 100 Euro zur Seite lege pro Monat, dann lege ich die auf einem Konto fest an und wenn innerhalb eines Jahres und das werden Sie in den Medien natürlich sofort hören, wenn der Markt mal um 10% korrigiert ist, dann steigen Sie mit all dem, was in der Zeit aufgelaufen ist, mit den vielleicht 10 mal 100 Euro, mit den 1000 Euro ein, in diesen ETF, den Sie sich meinetwegen ausgesucht haben und dann besparen Sie weiter und so vermeiden Sie nämlich, dass Sie hier an Hochpunkten oder man weiß nicht, ob es ein Hochpunkt ist, aber an vermeintlichen Hochpunkten auch kaufen, denn ein Sparplan ist immer eine Mittelwertorientierung, klar, kauft man auch an Tiefpunkten, aber die sind ja in der letzten Zeit sehr, sehr kurzfristig einmal aufgetreten, dann ging es ja schon die Reise weiter, aber Sie kaufen auch jedes Mal bei den Hochpunkten und das kann man eben vermeiden und dadurch noch so ein bisschen Extra-Prozente aus dieser Altersvorsorge oder Vorsorge für das Kind, den Enkel herauskitzeln. Und das hat dann auch so ein Stück weit eben auch Anlage und Selbstbestimmungscharakter, wenn man das eben in der Art macht, man muss nicht jeden Tag die Kurse verfolgen, man muss nicht jede Woche dran sitzen, man muss das große Bild im Auge haben und da gehört eben auch, das ist ja übrigens ein Punkt beim Trading, absolute Geduld dazu, ja, die Kurse rennen in Anführungszeichen, es mag einem so vorkommen, dass sie wegrennen, wie bei dir heute Morgen der DAX-Crash, wo du auch gesagt hast, ich könnte mich oder man könnte sich jetzt hier reinklickern, ja, einfach so mit der Welle mitschwimmen, aber es muss nicht sein, ja, und da ist es beim Trading wie auch beim Investieren, da ist Geduld die größte Tugend, ja, auf das richtige Setup warten, auf den richtigen Zeitpunkt und da eben auch nicht irgendwie überhektisch da Aktionen vom Stapel lassen, um der, um des Tradings oder des Handelswillens, ja, das kann es nicht sein, das soll es nicht sein, also da müsst ihr euch natürlich eine klare Orientierung schaffen, aber ich denke, wie gesagt, da haben wir heute wirklich so ein bisschen Medias Res gemacht, aber ich glaube, es war auch ganz spannend, da mal diese Perspektiven so ein Stück weit abzucatchen, nach dem Motto eben, was kann man denn überhaupt machen und wie gesagt, ETFs, da gibt es auch die, das gibt es auch schon wieder böse Zungen, die den ETF-Markt da ein bisschen abstrafen, nach dem Motto, das sind ja praktisch jetzt Unternehmens oder sagen wir auch weniger Unternehmensberücksichtigte Kaufaktivitäten, die da indexorientiert stattfinden und auch dazu führen, dass im Prinzip gewisse Standard-Fundamentalbewertungen früherer Zeiten sozusagen an Akta gelegt werden, aber ich meine, was ist denn richtig, was ist denn falsch, hinterher ist man immer schlauer und die Zeiten bewegen sich, ja, ich meine, von Biotechnologie wusste vor 20 Jahren, sagen wir vor 30 Jahren auch kein Mensch was, oder Nanotechnologie oder Quanz oder was auch immer, letztlich sind das Entwicklungen, die auch wieder Zukunft schreiben werden, wie das Internet eben in den 80er Jahren, ja, das hätte kein Mensch erwartet, oder Mobilfunkgesellschaften und, 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 oder Web 4.0, ja, oder das lebende Internet, was auch immer, es sind viele, viele Punkte, die uns da auch immer wieder weiter vorantreiben werden und die auch gewisse neue Bewertungskriterien immer wieder mit sich bringen und ich glaube sozusagen jetzt ganz ehrlich nicht ans Ende der Welt oder an Dr. Dooms, sondern wenn Korrekturen kommen und das hat mir so meine Erfahrung der Jahre und ich habe ja die Dotcom-Blase miterlebt und auch die Finanzmarktkrise, wenn es mal richtig knallt, ja, dann ist es wirklich an der Zeit Ruhe zu bewahren und dann selektiv vorzugehen und ja, wer 2009 einstieg, der hat ein perfektes Level gefunden, 2010, 2011 zu Fukushima, da musste man schon mutig sein, ja, weil dann deutet es fast auch schon wieder eine Umkehr an, aber grundsätzlich, sage ich mal, ist das Investieren am Aktienmarkt jetzt langfristig gesehen in natürlich Vorsicht, wie gesagt, auch den Riss-Disclaimer blende ich natürlich zum Schluss auch nochmal ein, dass man natürlich ganz klar auf eigene Gewährhandel und wir im Prinzip hier einfach nur Informationen geben zum Markt, zum Geschehen, aber um Gottes Willen keine Handelsaufforderung, das muss natürlich jeder mit sich selbst ausmachen, aber im Prinzip kommt man an der persönlichen, privaten Vorsorge nicht vorbei, das ist ganz klar. Ja, genau, so sieht es aus und da wollten wir Sie einfach nur so ein bisschen ermutigen, was zu tun und auch das Richtige zu tun und nicht zum Berater um die Ecke, heißt das überhaupt Berater oder heißt das schon Verkäufer? Also bei vielen Filialen, Filialsystemen, hat es starken Verkaufscharakter, weil natürlich das Produkt des Monats nur in dem Monat top ist und einen Monat später ist es nicht mehr Produkt des Monats, sondern da wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben, böse formuliert. Ja, das muss man sich vor Augen halten einfach und lieber selber Erfahrung sammeln, sich selber ein Urteil bilden und das dann natürlich auch in die Hand nehmen. Inspirationen gibt es genug, also es gibt so viele Netzwerke, Plattformen, Webinare, Seminare, also man ist dort mit auf alle Fälle nicht allein gelassen. Da wird ja viel getan, auch wie unser heutiges Live-Event, wie gesagt, wir sind ja wieder gut besucht und trotz des schönen Tages denke ich mal, haben wir hier das ein oder andere darstellen können. Hast du, weil wir es gerade noch mal davon hatten, du bist ja jetzt hier auch im Metatrader, Intraday Start wieder aktiv hier, den New Yorker, hier hast du ja mit dem Pfeilchen nach unten gesegnet, nach dem Motto, wenn er hier die 21.071 brechen würde, wäre das für dich theoretisch dann so eine Art Short-Trigger, oder sehe ich das? Genau, das siehst du richtig, weil nämlich das Eröffnungsniveau lag auf der Linie und wir haben in der Konsolidierung genau diese Linie getroffen, um wieder jetzt uns nach oben zu bewegen. Jetzt haben wir gerade ein neues hochgemacht und wenn wir hier durchrutschen würden, wäre mein erstes Ziel natürlich die Gap-Kante 54, dann könnte es genauso aussehen wie hier diese Konsolidierung, also dass man hier so durchkonsolidiert und einfach im Trend weiterläuft. Ob wir ins Gap eindringen, das entscheidet sich dann natürlich erst hier, das kann man jetzt nicht sagen und jeder, der auf das Gap spekuliert hat, der wird vom Markt eines Besseren belehrt, denn der Markt zieht einfach weiter, auch wenn es brutal aussieht, auch wenn wir in wie vielen Punkten sind wir dann am Allzeithoch, das sind nur noch 50, 60, ich glaube 21, ja irgendwo so in der Dreh. Das sieht brutal aus, aber es ist so, der Markt hat recht und das Feedback bekommt man ja direkt in den Kursen, da braucht man nicht viel diskutieren. Ja, der Euro, wir hatten ja Korrelationen vorhin besprochen, der Euro hat sich wieder auf die 1,1220 zu bewegt, also auf diese Unterstützung von heute Nacht, also hat quasi diese Trendabfolge mit tieferen Hochs, tieferen Tiefs hier mal ganz kurz außer Kraft gesetzt, also beziehungsweise hier überschritten und eine Umkehrformation herausgebildet und als es hier so stark unter die 1,12 ging, hatte ich ja kurz geäußert, dass es für mich kein Einstiegsgrund ist, nur weil es ein neues Tief gab, sondern ich warte immer den Rücksetzer ab und nun ist der Rücksetzer aber so weit gelaufen, dass der Abwärtstrend, den man hier quasi sich denken kann, übergangen wurde und ja, jetzt brauche ich auch nicht mehr einsteigen, auf deutsch gesagt. Nee, das sieht, wie gesagt, ganz interessant aus, ich lese gerade hier vom Angel und Long zum Allzeithoch beim Dow Jones, also praktisch prozyklisch wäre das ein Setup, wird gefragt, also ich meine, das ist auch ein Setup, natürlich, man muss jetzt schauen, wo das Allzeithoch war, ich schalte jetzt mal auf den Stundenchart um, da muss ich ganz schön die ganze Geschichte zusammenziehen, jetzt sind wir quasi auf dem Hoch vom, was war das für ein Tag, 25. April, also quasi ein neues Monatshoch oder ein Monat von der Periode her hoch, man kann auf alle Fälle auch diesen Trade machen, ich frage mich bei einem Trade natürlich immer, Chance-Risiko-Verhältnis, wo setze ich den Stopp hin, das heißt, man denkt jetzt. Da muss ich kurz einhaken, was die wichtigste Frage schlechthin ist, das hast du jetzt mal so lapidar eben rausgehauen, ja, aber du setzt dir, du stellst dir die Frage, wo platzierst du den Stopp und das ist der erste Gedanke, den wirklich jeder sich stellen muss, bevor er an die Rendite denkt, wo kann ich denn mein Risiko justieren, ja, wenn man dann einfach sieht, das Risiko wäre meilenweit weg, dann lohnt das schon mal nicht, das ist immer das CRV, Chance-Risiko-Verhältnis, darüber muss man einfach mal im Vorfeld nachdenken, aber wollte ich nur noch mal aufgreifen, weil es war ein wichtiger Punkt, das hast du so lapidar gesagt, nach dem Motto, wo setze ich jetzt meinen Stopp, aber das ist die richtige Herangehensweise. Ich habe das quasi schon unterstellt, dass die regelmäßigen Webinar-Teilnehmer das auch können, aber man kann es natürlich noch mal herauskehren. Man kann es nicht oft genug sagen, richtig. Richtig, also natürlich, wenn das hier eine Unterstützung ist, dieser Bereich, und hier entsteht ein Short-Signal, wenn man aus der Long-Perspektive auf den Chart schaut, und wäre jetzt Long drinne, wäre quasi da, wo das Short-Signal entsteht, der Stopp. Also das heißt, wenn ich jetzt auf steigende Kurse spekuliere, müsste ich den Stopp markttechnisch hier hinsetzen, oder im schlimmsten Fall hier, aber nicht mehr hier unten, also das ist so am Vortages, am Gap-Ziel, also es sind ja dann auch 60, 70 Punkte, das muss ja auch in Relation zum Gewinnziel sein, und wenn das CAV irgendwie 1 zu 5 ist, dann hat das Ganze auf Dauer keinen Spaß, denn man muss hier natürlich auch andere Faktoren, wie zum Beispiel die allseits beliebte Trefferquote anlegen, also das heißt, wenn man einen Trade im Gewinn abschließt, einen in Verlust, und das immer abwechselnd, dann hat man Trefferquote um 50 Prozent, wenn man dann eine Chance-Risiko-Verhältnis von 1 zu 1 hat, dann kommt unterm Strich, freut sich nur der Broker über die Gebühren, aber man selber als Trader kommt nicht vom Fleck, das ist nicht Sinn der Sache, das heißt, man hat entweder ein höheres, eine höhere Chance als das Risiko, oder aber man hat, und das ist mehr meins, also ich gehe, ich habe selten große Trades, man hat ja vorhin die Verteilung gesehen, die hatte ich eingeblendet von Gewinnern und Verlierern, die liegen in etwa auf dem selben Level, also immer so 20, 30 mal 40 Punkte, ich habe selten Ausreiser in die Gewinnerrichtung, in die Verliererrichtung eigentlich keinen, weil ich ja hier strikt mich an das Risiko Money Management halte, und wenn man dann profitabel handeln will, dann geht es natürlich nur über eine höhere Trefferquote, also das heißt, bei mir sind es unterm Strich mehr Gewinn-Trades als Verlust-Trades, und dann ist ein CAV von 1 auch völlig akzeptabel. Das muss aber jeder für sich mal durchkalkulieren, und auch da empfehle ich, eigene Aufzeichnungen zu verwenden, ein Trading-Tagebuch zu erstellen und auch zu führen, das kostet nicht viel Zeit, ist aber enorm wichtig, um auf Dauer hier die richtigen Erkenntnisse und Schlüsse zu gewinnen. Aber kurze Frage, vielleicht, wie gesagt, wir nähern uns ja so langsam auch der Nachmittag-Session, wir wollen mal sehen, ob der Dow Jones jetzt hier dann doch mal ein Stück weit zurückkommt oder weiter hier weiter hochjubelt. Du hast ja vorhin auch mit dem Tagebuch geführt, also ich selbst bin dazu übergegangen, Screenshots zu machen und praktisch die Bilder, das nutzt du ja selber, du machst ja viele Screenshots, zeichnest da nachträglich ein, sozusagen dich dazu konditionieren, oder schreibst du in den Trading-Tagebuch tatsächlich Entry, Exit, Beweggrund des Einstiegs, Psychologie, wie hast du dich gefühlt, oder wie umfangreich kann ich mir so ein Trading-Tagebuch bei dir vorstellen? Am Anfang hatte ich das wirklich eingeschrieben und habe auch noch einige dieser Bücher, die sich angesammelt haben über die Jahre, da, und das ist sehr, sehr schön zu lesen, wenn man dann irgendwie von 1995, wo man noch in der Schule war, in großer Fettschrift nach dem Handelstag stehen hatte, wow, heute habe ich es dem Markt gezeigt, 25 Euro Gewinn, das ist sehr, sehr spannend, aber so ging es halt los, also das war halt, ist natürlich für jemanden, der in die Schule geht, viel Geld, logisch, und es hat sich dann später natürlich auch in anderen Summen bewegt, auch im Negativen, das muss man auch dazu sagen, also werden ja nicht nur die Gewinne größer, auch die Verluste teilweise, man lernt sehr, sehr viel, vor allem über sich, also man kämpft, finde ich, das mag wie so ein kleines Fazit klingen, aber man kämpft nicht gegen den Markt, man kämpft mehr gegen seine Psyche. Absolut. Und sich selbst als später, ja. Da kann dann auch selten einer helfen, weil man ja diese genetischen Strukturen, auf die ich vorhin einging, eingespielt hat oftmals, also diese Reaktionsmuster, wie geht man mit Verlusten, wie geht man mit Gewinnen um, also das sind alles Muster, der eine knabbert den Stift runter, bis auf die Kobaltmine, der andere haut sich halt, macht die Fingernägel immer kürzer, also hier reagiert ja jeder anders bei Stress, und das aufzuzeichnen und sich auch mal selber aufzuzeichnen, vielleicht mit einer Kamera oder so, um zu sehen, wie man reagiert unter Stress, das ist schon was richtig Wertvolles, wo man viele Erkenntnisse daraus haben kann, das kann man aber auch im Coaching machen, klar. Du hast uns also jetzt verraten, dass du von dir Videoaufnahmen machst, das ist jetzt schon unterschwellig durchgekommen, das kannst du jetzt auch nicht mehr verneinen, Andreas. Also und du coachst ja selber auch, ist das richtig? Also Coaching ist immer so ein schweres Wort, aber ich sage mal, du bietest durchaus auch an, dass die Teilnehmer sozusagen an deiner Markterfahrung, an deiner Handelserfahrung partizipieren können, so will ich es mal sagen. Genau, also es gab durchaus Seminare, wo man sagt, es sind zwei, drei Trader, die sich zusammentun und die einer kleinen Gruppe etwas beibringen möchten und auch hier gilt wieder dieses, wie beim Trading neben dem Beruf, es ist nicht, also ich bin nicht der Coach in Haupttätigkeit, sondern mir macht es wirklich Spaß. Ich bin auch nicht, wie man vielleicht da Agenda entnehmen konnte, der Webinaraufzeichner vor dem Herrn, sondern auch das nur ausgewählt und mit ausgewählten Partnern logischerweise, weil mir das Spaß macht und so soll es auch bleiben. Ich möchte nicht irgendwie so eine Deutschland-Tour oder irgendwas machen, wie gibt es ja einige, die das eben machen, weil sie auf ihrer Visitenkarte Coach draufstehen haben, weil das ihr Job ist letzten Endes, wo es auch durchaus Zertifikate und Rankings gibt. Also das ist ein ehrenwerter Beruf, dazu kann man sich auch schulen lassen. Das Fachwissen gibt es ja nicht dazu, aber dieses Wissensvermitteln, das kann man natürlich geschult bekommen. Das ist so ähnlich wie bei Akademikern, also da wird ja auch, wenn man auf Lehramt studiert, wird ja einerseits das Wissen vermittelt, was später an die Kinder weitergegeben werden muss, aber andererseits natürlich auch, wie lehrt man. Also das ist auch sehr, sehr wichtig und das machen, weil natürlich die Anfragen kommen, auch andere Trader. Also wieso nicht? Wieso sollte man nicht einen Trader über die Schulter schauen können? Bei den IB-Days kann man das, aber die gibt es nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Genau, unser geschätzter Kollege Heiko Behrendt, der macht gerade ein Gruppencoaching, wo er auch quasi wie, wie sagt man, die Mutter zum Kind oder so ähnlich gekommen ist. Also er hat das auch nicht ausgeschrieben und gesagt, meldet euch bei mir, ich möchte ein Coaching veranstalten, sondern andersrum. Also wenn es Anfragen gibt, dann tritt man in den Kontakt, schaut auch, macht es überhaupt Sinn? Also es macht zum Beispiel keinen Sinn, wenn jemand, und das sage ich auch ganz offen, wenn jemand sagt, ich habe noch nie gehandelt, bitte an einem Tag Coaching bringen wir alles über Börse bei. Also das ist unseriös, wenn ein Coach sagt, klar, mache ich. Also das geht nicht. Ja, also das ist so ein komplexes Thema, da müssen Vorkenntnisse vorhanden sein, da muss man schon Handelserfahrung mitbringen, vielleicht auch ein Sammelsurium an Beispiel-Trades, die dann der Coach schon mal vorher auswerten kann, um vielleicht erste Fehlerquellen zu identifizieren. Und dann ist viel eben im Beisammensein mit dem Menschen an sich, was man machen kann. Also deswegen finde ich auch, das hatte ich auch schon eingangs gesagt, diese ganzen Video-Coachings und Bücher nicht so effektiv wie das Zusammenarbeiten, das direkte, der direkte Schlagabtausch, wo man Fragen stellen kann. Das finde ich effektiver unterm Strich. Es ist vielleicht, vielleicht den einen oder anderen schreckt das ab, wenn man sagt, ja, das ist eben der Preis für ein Coaching. Klar, es ist ja auch sehr intensiv, es bedarf vieler Vorbereitung, auch Nachbereitung, keine Frage, aber letzten Endes spart man ja viel Lebenszeit und genauso wie einige Menschen sich vielleicht einen Putz-Service leisten, damit sie nicht den ganzen Samstag damit zubringen, ihre Wohnung zu putzen, sondern den Samstag zum Entspannen von der anstrengenden Woche nutzen oder vielleicht mit den Kindern was unternehmen und der Putz-Service bekommt das Geld, um diese Service-Tätigkeit zu machen. Klar, wir sind ja auch nicht mehr in der Urgeschichte, wo man, wo jeder alles macht, sondern jeder hat sich spezialisiert auf eine Tätigkeit und kann diese Tätigkeit vielleicht sehr gut, kann sie auch anderen dann vermitteln und andere können sie in Anspruch nehmen. Also ich backe meine Brötchen nicht selber, ich grille zum Beispiel nur und kann nicht kochen. Also ich als Thüringer habe natürlich den Grill für mich als Zubereitungsmethode entdeckt. Mehr kann ich da auch nicht zaubern, aber das reicht, klar. Und für alle anderen Sachen gibt es dann andere Menschen, die das natürlich spezialisiert besser können und das richtige, den richtigen ETF aussuchen kann vielleicht auch ein Finanzberater viel, viel besser als ich. Aber ich kann dem Finanzberater Intraday vielleicht ein paar Sachen aufzeigen, die er so noch nicht gesehen hat. Das hast du mal, muss ich sagen, mal fundiert erklärt, das Wort zum Sonntag hätte ich fast gesagt, aber nein, das war das Wort zum Vatertag an dieser Stelle und wir haben es jetzt 16.30 Uhr. Der Markt, wie gesagt, ist sich ein bisschen uneins. So richtig Dynamik will heute nicht aufkommen. Wir haben ja jetzt news-technisch, sage ich mal, auch alles verdaut. Wenn ich das so richtig im Blick habe, lass mich nochmal kurz schauen auf die Agenda. Wir haben jetzt hier 16.30 Uhr. Öl, kommt gleich. Oder Erdgas. Erdgas ist das, ja. Dann haben wir 19 Uhr noch eine Rede von der EZB in Lissabon vom Vize-Schiff. Die nehmen wir mit, oder? Die nehmen wir noch mit. Die nehmen wir noch mit. Also ich denke mal, wie gesagt, im Groben, liebe Teilnehmer, jetzt vielleicht hier noch ein direkter Aufruf. Ihr habt den Andreas hier, den Kameraden, vielleicht nochmal ein paar spezielle Fragen, die ihr nochmal an ihn habt. Im Prinzip, ich denke mal, der Markt, wie gesagt, das ist ja schön eingezeichnet von dir. Wir werden mal sehen, ob er den Aufwärtstrend bricht, der Dow Jones. Ja, hier einen Minutenticker. Und ob er hier das Level 21,071 mal nach unten auflöst. Also hier, Ergo, da mal ein bisschen Druck reinkommt. Ansonsten jetzt nochmal die Gunst der Stunde nutzen zum Fragen an unseren heutigen Gast. Wie gesagt, Andreas, schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute am Feiertag. Ich denke, es war wieder eine sehr, sehr runde Sache. Kam auf jeden Fall gut was rüber. Du hast auch gut Content rübergebracht. Und insofern ganz, ganz wichtig, dass wir hier sozusagen da wieder die Schnittstelle gefunden haben. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Eine Frage, die noch reinkam, ist die, und zwar, es sind sogar zwei, drei, nach dem Motto, ob du schon mal drüber nachgedacht hast, Berufshändler zu werden? Ich habe, wie ich schon erörtert hatte, durchaus in der Vermögensverwaltung schon mal gearbeitet. Aber ich fand das sehr, sehr trocken, weil der Austausch im Grunde genommen nur mit Excel stattfindet und mit der Buchhaltung letzten Endes. Und es gibt sehr, sehr wenige, die in solchen Bereichen so eine Kombifunktion haben, wie zum Beispiel der kleine Vermögensverwalter um die Ecke hat die Kombifunktion, weil er die Kunden berät, also ins Kundengespräch geht, mit Kollegen sich unterhält und dann aber natürlich auch die richtigen, zur richtigen Zeit, die richtigen Produkte bei den Kunden einbucht. Also das Trading, also auf einer anderen Zeitebene, aber es bleibt Trading, das amerikanische Wort. Er handelt ja für die Kunden, dessen Auftrag, das ist die Vermögensverwaltung letzten Endes. Aber in so einer großen Vermögensverwaltung würde ich es für mich und für meine Skills, wie man so schön sagt, als nicht spannend genug finden. Und der eine oder andere hat mich ja auch auf anderen Plattformen schon gesehen. Also zum Beispiel bei Next Markets werfe ich öfters mal Trading-Ideen ein, jetzt bei JFD das Webinar heute, auch auf Infoveranstaltungen oder die Uni hatte ich erwähnt, wo ich am Börsenführerschein als Referent die Studenten fit mache in Sachen Zertifikate, Trading und so weiter. Also das sind alles Sachen, die mir im Mix totalen Spaß machen und das Trading. Aber eins alleine ist für mich nicht abwechslungsreich genug und das Trading an sich, es wird immer gefragt, beziehungsweise ich war beim Bewerbungsgespräch bei dem Vermögensverwalter sogar mal dabei, wo einer neu komplett eingestellt wurde. Und da war die erste Frage von dem Vermögensverwalter, macht Ihnen Trading Spaß? Und der junge Herr war sehr, sehr euphorisch. Na klar, ist total geil, hat er sogar gesagt. Oh. Ist total, ja, ja, ist total, war jedenfalls sehr euphorisch und der Vermögensverwalter hat nur gelächelt und hat dann quasi wie bei der MTV-Serie Next Please gesagt, weil nämlich das Umsetzen von Handels-Setups und so weiter, das hat nichts mit Spaß zu tun. Also Geldverwaltung sollte nicht mit Spaß gleichgesetzt werden, denn es ist wirklich was Professionelles, wo man auch wirklich im Hintergrund Prozesse laufen hat, wie die Auswahl, die Suche nach Setups, das sind ja alles Dinge, die ich neben dem Trading oder neben dem Reden hier auch noch betreibe. Ja, also diese Linien, die kommen ja nicht von ungefähr in den Chart. Das wird nebenbei noch gescannt und dann sind es einfach Automatismen, die umgesetzt werden, wenn die Situation eintritt. Also wenn jetzt der Markt hier Kapriolen steigt, dann drücke ich auch aufs Knöpfchen. Das habe ich heute Morgen im DAX leider verpasst. Da war ich schon soweit mit einzeigen. Den letzten Knopfdruck habe ich da nicht getätigt, weil ich auf den anderen Monitoren noch zwei, drei PowerPoint-Folien rausgesucht hatte. Warum auch immer, es hat auf alle Fälle nichts mit Nervenkitzel, Adrenalinausstoß und so weiter zu tun, sondern es ist wirklich ein Geschäft, ein Prozess, der immer wieder ablaufen sollte und der natürlich in Summe, weil man es von jedem Ort der Welt aus erledigen kann, Spaß macht. Aber ich möchte nicht den ganzen Tag vor einer Monitorwand sitzen. Das hatte ich einmal und das hat mir nicht den ersehnten Wohlfühlgenuss am Feierabend gebracht. Und unter uns, was will man denn erzählen zu Hause, wenn die Frau fragt, und was hast du heute erlebt und ich erzähle, oh der DAX an zwei Retracement, dann noch das Pivot überrannt, Wahnsinn, weil der Euro, US-Dollar, dann hat der Draghi was gesagt und und und. Was sind denn das für Storys? Welche Frau oder welcher Partner allgemein? Aber doch nicht jeden Tag. Ja sicher. Also es ist doch interessanter, wenn man irgendwie sagt, okay, ich war zum Mittag mit einem Ex-Kollegen essen, was der mir erzählt hat, was in der Firma abläuft. Wahnsinn. Oder ich war im Fitnessstudio zwischendurch, aber wenn man als Trader vielleicht von neun bis zehn Uhr das Gap gehandelt hat, hat seine Punkte im Sack und geht dann alleine in die City, wo kein anderer Zeit für einen hat. Ja, also was. Es kann schon einsam sein, das Handeln, das ist ganz richtig. Ich meine gut, die heutzutage Facebook oder Skype oder irgendwelche Internetforen, Chats, die haben das schon aufgeweicht, aber per se ist Training natürlich durchaus schon im Beruf, dass neben den psychologischen Herausforderungen, denen man sich dem Markt stellt, ist es natürlich auch so ein gewisses Geschaffensein dafür, dass man auch alleine zurechtkommen muss, seine eigene Unternehmung mehr oder weniger führt und das ist natürlich ganz klar. Da habe ich übrigens auch eine andere Frage, wo reinkommt. Also erst mal vielen Dank, klasse an uns, kam hier schon mal positives Feedback rein, so rum. Aber eine Frage noch, was hältst du denn von automatischen Handelssystemen, Andreas? Also mir persönlich ist jetzt noch keins begegnet, was unterm Strich über Jahre hinweg eine konstante Performance gezeigt hat. Also es gibt sehr, sehr viele, die kurzfristig extrem gute Renditen erwirtschaften, die teilweise in Marktphasen halt funktionieren. Sobald sich die Marktphase aber ändert, funktionieren sie eben nicht mehr und nicht mehr heißt nicht, dass sie einen kleinen Drawdown haben, sondern dass sie komplett vor die Wand fahren und deswegen ist es A für mich und meine Vorgehensweise zu spezifisch, wenn ich abwäge, ob ich in den Markt gehe oder nicht, das in ein automatisiertes Handelssystem zu pressen und B ist es so, dass ich, wie gesagt, keins gesehen habe, was über Jahre super funktioniert hat. Vielleicht hast du da andere Erfahrungen. Man kann auf jeden Fall das mit Metatrader anbinden, wenn es welche gibt, aber ich selber habe damit keine Erfahrung. Automatischer Handel ist prinzipiell schon gut, ja, auf jeden Fall, aber es ist auf jeden Fall so, dass man diese Robots oder Bots oder Algos zwangsläufig diskretionell überwachen muss. Also es gibt kein System, was man aufschaltet, liegen lässt und es wird durchweg Geld produzieren. A, wird es Drawdown-Phasen geben, ganz sicher, wie im normalen Trading auch, aber im Prinzip ist es schon so herleitbar, dass man einen gewissen Vorteil aus Systemen ziehen kann, aber da ist auch wieder wichtig, nicht alles auf ein System zu setzen, sondern auch hier zu differenzieren, sprich, handel ich Trendfolge oder handel ich Range oder in welcher Marktphase stecken wir. Es geht immer auch darum, dass das geschulte menschliche Auge auch hier da durchaus Einfluss nehmen sollte. Also so eine eierlegende Wollmilchsau nach dem Motto, ich schalte das Ding an und das produziert nur noch Geld, das wird wohl kaum funktionieren, da gebe ich dir vollkommen recht. Dennoch so die automatisierten Systeme oder auch der Automatismus im Handel, ich meine mit dem Mini-Terminal arbeitet ja auch der Heiko sehr viel, da wird schon viel gemacht in der Richtung, dass man da eben ohne viel manuellen Klicks und Ticks da am Markt sich bewegen kann. Das heißt, ein Klick, man hat gleichzeitig Take-Profit und Stop-Loss drin, das musste man früher alles manuell aufgeben, das sind ja auch schon kleine Algos, die da im Hintergrund laufen oder eben auch automatische Positions-Size-Berechnungen und und und. Da kann man heute schon viele Tools nutzen, die das Traden einfacher machen und natürlich die Algos, die ziehen in unser normales Leben ein, wie auch im Trading. Es wird sowieso, sagen wir mal, der Hochfrequenzhandel ist wieder eine spezielle Sparte, aber es wird ja an den internationalen Aktienmärkten elektronisch mehr denn je gemacht und es wird auch tendenziell weiter steigen, also als weniger werden und damit muss man sich ganz klar anfreunden. Ja und ich meine, die Algorithmen sind Systeme, die wenn sie denn gewartet werden und auch beobachtet werden, sicherlich durchaus auch einen guten Benefit bringen. Dennoch natürlich muss man auch mit Phasen leben, wo es mal weniger funktioniert. Da gebe ich dir recht, so auf Dauer nach dem Motto ein System aufsetzen und dauerhaft Geld verdienen, das ist mir auch noch nicht untergekommen, ganz ehrlich. All right. Und was machen wir denn als Trader, vielleicht als Gegenfrage, wenn wir da, wenn wir unsere Expertise oder uns, die fußt ja natürlich auch auf Erfahrung, wenn man das in ein Handelssystem pressen könnte, was machen wir denn am Ende dann den ganzen Tag? Also das Ding nur überwachen? Ja, sozusagen. Und nebenbei zum Beispiel telefonieren und Webinare halten, nicht wahr? Also nebenbei hört sich immer so flocks oder flapsig an, aber es ist ja tatsächlich so, da ist auch das, was du vorhin gesagt hast, mit dem Beruf eine ganz interessante Feststellung gewesen, dass man eben sich auch entscheiden muss, ist es etwas, was mir einen Mehrwert am Ende des Abends bringt, wo ich einfach eben sage, das war ein erfüllter Tag und reiner Berufshandel ist dann eben auch wirklich anstrengend, gerade auch wenn man dann immer gemessen wird mit einem Benchmark, wenn man einen gewissen Performance-Druck hat. Das ist nicht ganz ohne. Also insofern die Frage durchaus berechtigt und deine Antwort aber auch zu 100% nachvollziehbar, dass man da wirklich mit zweierlei Maß messen muss und das sicherlich nicht verallgemeinern kann, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder ob das das richtige für einen ist. Zumal auch eine Frage kam vorhin noch auf, die schließt sich da so ein bisschen im Sinne dessen, wie es denn mit der Positionsgröße ist, also mit der Size, die man denn sozusagen am Markt handelt, also in Sachen Emotionen gerade so ein Punkt gewesen oder eine wichtige Frage, die denn da hier ist, ist es schwieriger zu, also wie ist es denn psychologisch, ist es schwieriger zu treten und seine Zielrendite zu erwirtschaften, je größer das Konto nominell ist oder auch eine Emotion, die dann abgeschaltet wird, wenn man immer 1% vom Konto tretet. Kannst du da aus Erfahrung was sagen? Also da tickt jeder Mensch unterschiedlich. Ich habe einige Händler kennengelernt, die sagen, dass es ihnen überhaupt nichts ausmacht, ob da vorne oder hinten noch drei Nullen dranhängen, quasi also dasselbe Setup, ganz nüchtern und don't drink and trade ist ja das Motto heute, deswegen ganz nüchtern ein CFD genauso handeln können wie 100 oder 500. Natürlich stößt jedes System an die Grenzen, also 500 CFDs, da bekommt man dann vermutlich auch nicht in jedem System sofort die Ausführung, sondern es geht so ein bisschen dann in die Order-Tiefe, dass man abgestuft, ausgeführt wird. Aber bei mir ist es so, dass ich gar nicht auf Prozente schaue, dass ich mir auch, also es hat mir sehr geholfen vor einigen Jahren, in dem ich die Profit- und Loss-Zeile ausgeblendet habe, also dass ich die nicht vor Augen habe, weil man assoziiert ja öfters, auch das hatten wir heute ja schon durchgesprochen, noch im Gegenwert mit der Geldsumme. Also wenn dann 50 Euro plus oder minus, dann denkt man so vor seinem geistigen Auge oder unterbewusst, ach das wäre doch der Kinoabend oder was auch immer. Und um gar nicht in diese Versuchung hineinzukommen, blende ich das einfach aus und es sind Zahlen letzten Endes, also das soll auch nicht arrogant klingen. Natürlich ist es Geld auf dem Konto, aber ich habe es ja gedanklich schon auf das Trading-Konto überwiesen und mich damit angefreundet, es könnte weg sein. Es würde mich nicht umbringen, es darf nicht zu einer starken Einschränkung der persönlichen Lebensverhältnisse führen, wie man so schön sagt. Also man sollte nie mehr auf das Trading-Konto überweisen, als man verkraften kann. Das ist keine Geldmaschine, das Trading, auch die Illusionen müssen wir ganz klar ziehen. Es gibt natürlich auch Verluste und die sollten nicht wehtun. Und gerade wenn es mehrere Verluste in Folge gibt, neigen viele Trader dazu, das Risiko nochmal zu erhöhen, um mit ein oder zwei Lucky Punches die ganze Negativ-Serie zu beenden. Aber wer sagt einem denn, dass als nächstes Kopf oder Zahl kommt? Also das hat ja nichts mit, man kann den Trade managen, aber man kann vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit auf seine Seite ein weit bringen, wo der Markt hin tendiert. Aber man kann nicht mit Sicherheit sagen, wie die nächste Kerze sein wird. Man kann aber folgende Variablen im Trading immer selbst beeinflussen, das ist die Positionsgröße und den Stopp. Also das kann man immer beeinflussen und damit sollten Sie arbeiten. Also wenn das mal kein gutes Wort zum Sonntag ist. Richtig, richtig. Also an der Stelle muss ich auch sagen, das war im Prinzip auch auf den Punkt gebracht, exakt so, dass man da im Prinzip sich die Gedanken genau darüber machen kann, über das, was man beeinflussen kann. Nämlich nicht, wo die Kurse in den nächsten Minuten, Stunden, Tagen stehen, sondern einfach, wie ich in den Markt gehe, ob ich in den Markt gehe und wenn ich reingehe, wo mein Risiko ist. Und das eben im Prinzip ist die einzigste Möglichkeit, wie ich immer so schön sage. Das Einzige, was wir kontrollieren können, ist das Risiko. Also mit welchem Risiko gehen wir in den Markt, das ist eine Variable, eine Stellschraube, die wir justieren können und alles andere, ob der Kurs steigt, fällt, ob wir in den Take-Profit gehen oder Stop-Loss, da haben wir keine Einflussmöglichkeit mehr. Wenn wir den Trade abgefeuert haben, on the market, dann ist es so und dann hat der Markt alle Entscheidungen und wichtig ist nur, dass man sich selber eben im Vorfeld schon den Plan zurechtgelegt hat, was passiert, wenn, dann, das ist ja auch mit der technischen Analyse so nach dem Motto, man spricht immer im Konjunktiv, es könnte das und dies und jenes und welches und wenn das, dann das. Aber es sind im Prinzip auch Alternativ-Szenarien, wo man sagt, okay, man ist bullisch eingerichtet oder ausgerichtet, wenn das so kommt, okay, wenn es anders kommt, dann theoretisch greift der Stop und man könnte ein Short-Setup erwägen. Aber das gilt es dann auch wieder auf die Periode zu projizieren, zu bewerten und dann wieder sich eine neue Meinung zu bilden. Und das Schlimmste ist eben halt, seine Meinung zu behalten, an dieser zu beharren, genau jetzt wegen der Geschichte nach dem Motto Crash könnte kommen oder Korrektur, das denken manche Leute schon seit einigen Jahren. Wie gesagt, George Soros lässt sich grüßen, den Namen will ich dann auch an dieser Stelle nochmal erwähnen. Wie gesagt, aber auch er hat irgendwann dann einsehen müssen, dass er schief liegt und hat wahrscheinlich dann wohl auch seine Verluste da am Optionsmarkt realisiert. Wie das auch weitergeht, letztlich wird er sicherlich auch immer nochmal wieder versuchen, den einen oder anderen Hochpunkt zu erwischen. Letztlich das optimale Hoch und optimale Tief zu erwischen, darum geht es gar nicht. Das ist ja auch dieses Eichhörnchen oder mit einem Kuchen kann man es vergleichen. Wenn man viele Krümel isst, wird man genauso satt, als wenn man sich das größte Stück Kuchen klaut und dann vielleicht bei den anderen am Tisch in Missgunst fällt. Und zum Short-Train, na klar, man kann jetzt hier die abwarten, man kann aber auch im Chart, also ich bin kein Freund davon, das Allzeithoch zu Shorten, nur weil es ein Allzeithoch ist, das macht gar keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn. Aber dadurch, dass ich ja diese zwei Dow Jones Indikationen oder die zwei Handelsparameter hier liegen habe, habe ich hier das noch herausgearbeitet. Das war heute Morgen quasi zur Handelsöffnung Cetra. Das hoch und hier sind wir herangelaufen und die Kerzen sahen, das sieht ein bisschen komisch aus. Das heißt, ich gehe hier Short, das ist auch der letzte Trade, über den ich heute spreche. Wir wollen ja dann auch, denke ich mal, Familie und so, hat ja jeder noch seine Verpflichtung. Ja, und da kann man zum Beispiel mit so etwas arbeiten, in dem man sagt, okay, hier gab es einen Bereich, wenn es wieder in diesen Bereich kommt, dann riskiere ich es mit meinem Standardstopp oder mit einem recht geringen Stopp. Und ein recht geringer Stopp sind bei mir 10 bis 20 Punkte, im Dow Jones eher Richtung 20 Punkte, weil der natürlich aufgrund des Punktwertes auch eine viel höhere Schwankung hat. Ob es dann, ob der Dow Jones dann hier durchbricht und dann durch diese Linie auf dieses Level kommt, vielleicht hier noch durchbricht, auf die Gap-Kante kommt und vielleicht auch hier noch durchbricht, das weiß ich alles nicht. Aber das kann man ja dann managen. Ja, also quasi, wenn man sich überlegt, dass man im Dow Jones genau dieses Szenario spielt. Hier sieht man es im Chart, dann schaue ich mir in 24 Stunden Dow Jones den Bereich an, wie die Kerzen sich hier verhalten. Da war jetzt nicht wirklich die große Euphorie vorhanden, deswegen... Hast du abgebrochen, das ist wieder der typisch der Andreas, der dann an diesen Stellen mal wieder so ganz klangheimlich wie bei den IB-Days, ich denke mir, ich mache das Opening und da hast du schon wieder drei Trades platziert gehabt. So machst du das aber, das ist deine Vorgehensweise. Aber du hast halt auch ein vorab kalkuliertes Risiko, wo du sagst, okay, das ist jetzt nicht blindlings draufgeschossen, sondern du hast hier sozusagen die Analogie im Chart gesehen und denkst dir, okay, wenn er da jetzt wirklich ausgebremst wird, dann ist das mal deine Annahme, dass du hier gegen den großen Trend natürlich gehst, aber einfach mal hier nochmal die Südrichtung spielst. Genau. Und es gibt ja immer zwei Möglichkeiten. Ich hatte ja vorhin auch gesagt, man kann natürlich den Trend noch mitziehen, wie der Kollege im Chat meinte, bis zum Allzeithoch, also noch 50, 60 Punkte. Aber nach unten, wenn man das Gap sieht, ist einfach mehr Platz jetzt vor den letzten Tagen im Chart, denn das Allzeithoch ist da durchaus schon jetzt drei oder vier Wochen weg, fünf Wochen sogar. Deswegen orientiere ich mich in den kurzfristigen Timeframes natürlich an der Periode, die dem aktuellen Kurs näher liegt, als irgendwie einen Gap oder einen Bereich zu suchen, was vor fünf Wochen mal war. Also das haben auch die wenigsten kurzfristigen Trader noch im Blick, das ist einfach aus dem Chart auch schon rausgewachsen. Schön gesagt, schön gesagt. Wie gesagt, dein kalkuliertes Risiko hier knapp über 1,20, 1,07, 1,08 in dem Bereich, da ist das Risiko und den Tech Profit siehst du da im unteren Bereich 1,20, 55, schrägstrich dann die 1,071 als erstes, da praktisch die Horizontallinie. Ich würde dann in so einem Fall, oder was heißt ich würde, ist kein Konjunktiv, sondern ich werde, wenn es wirklich dazu kommt, dass diese Linie gebrochen wird und wir gehen hier hin, dann würde ich den Stopp auf Einstand ziehen, weil der Einstand ja letzten Endes schon dieses, wenn es so ist, das Doppelhoch darstellt, was ich sehr charmant finde und dann schaue ich über die Metatrader App, denn man kann auch die Metatrader über eine App bedienen auf dem Smartphone. Zur Überwachung. Genau, zur Überwachung, also ich trade damit natürlich nicht an der roten Ampel, weil Trading, wie wir sehr, sehr oft heute nun schon gesagt hatten, professionell sein soll und auch mit viel Disziplin anhergehen, das geht einfach nicht, wenn man von allen Seiten abgelenkt wird. Das heißt, zur Überwachung ist es gut, den Stopp nachziehen, alles super, aber ich würde jetzt nicht versuchen, über die App irgendwelche Linien einzuzeichnen und den großen Hedgefonds Konkurrenz machen, denn wir alle sind, auch das hatten wir ganz am Anfang, ja im selben Markt tätig. Also wir geben jetzt, wenn ich jetzt short gehe, bin ich genau mit dem George Soros im selben Boot. Ich hoffe, er kann schwimmen und hat eine Weste. Hast du gut gesagt, hast du gut gesagt, aber ganz, ganz fantastisch. Also wie gesagt, Andreas, dass du da hier nicht bescheiden bist in Sachen Trade-Up vor allem, das hast du heute gezeigt. Wie gesagt, auch mit dem Live-Konto, das war nicht die Pflicht, aber wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Teilnahme heute. Es kommt auch gerade vom Hans noch ein positives Feedback rein. Hans, Joachim, der Hans noch, der Jürgen hat was geschrieben. Mal sehen, ob die Damen sich noch zu Wort melden bei dir. Sie halten sich wahrscheinlich annehmlich zurück, aber es war auf jeden Fall ein schöner Plausch und Sie wünschen uns heute viel Spaß beim Feierabendbierchen. Das denn dann jetzt wohl verdientest. Wie gesagt, ganz, ganz vielen lieben Dank an dich. Wie gesagt, deine Expertise, deine Markterfahrung und solange du schon da aktiv bist, war es mir wirklich eine Ehre, dich da heute einzuladen. Du hast auch wie gesagt unser Tool genutzt. Du hast mit unseren CFDs gehandelt. Du hast dir schön was abgeleitet. Thomas sagt auch noch Danke. Die Lydia sagt Danke. Also vielen, vielen Dank. Maria sagt Danke. Also es ist toll. Es kam gut an. Das hat mir gefallen, Leute. Ich sage euch vielen Dank. Wir haben, wie gesagt, heute uns mal die Zeit genommen für euch. Die Aufzeichnung wird auch noch kommen. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wir haben natürlich ein bisschen philosophiert, sind ein bisschen abgeschweigt, haben uns in dem ein oder anderen Metier oder Thema vielleicht auch mal kurz verloren. Es ging aber primär ums Trading. Es ging ums Handeln. Es ging auch ums Investieren, um Psychologie. Also ich finde, es war wieder ein Rundum-Paket. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und jetzt ist es wirklich an der Zeit, die Abend so nur noch ein Stück weit was mitzunehmen. Deswegen an dieser Stelle vielen Dank für euer heutiges Dabeisein. Vielen Dank an letzter Stelle jetzt an Andreas. Das Wort zum Sonntag hast du schon gesagt. Mit dem Trade, wie gesagt, einen relativ guten Einstieg gefunden. Ich drücke dir die Daumen, dass das Ding nach Hause gefahren wird. Ist natürlich dann alles schon abgesichert, wenn der Stop auf Break-Even steht. Da hast du praktisch dann kein Risiko mehr im Markt. Das ist eigentlich das Idealste. Und es sieht ja bislang gar nicht mal so schlecht aus. Also insofern Daumendrück für den Trade. Euch allen schönen Feierabend. Danke fürs Dabeisein. Und in dem Sinne hätte ich es dann auch schon. Hast du noch was, Andreas? Ansonsten würde ich dann die Runde so langsam abschalten. Ich denke, man kann mich ja auch über die ganzen Kanäle wie Facebook, Twitter und so weiter finden. Wer also noch eine Frage hat, der ist herzlich eingeladen, die mir zu stellen. Ansonsten glaube ich, dass der Event heute der Tag auch uns beiden guten Spaß gemacht hat, große Spaß gemacht hat und dass es da eine Wiederholung geben wird. Davon ist auszugehen. In dem Sinne, liebe Leute, vielen Dank fürs Dabeisein und euch noch einen schönen Vatertag, Resttag. Heute jetzt dann eben das Downdrink. Könnt ihr jetzt streichen, wenn ihr es nicht ohnehin schon genossen habt. Insofern ein schönes Feierabendbierchen an alle. Ich wünsche euch was. Horido, fette Beute. Wenn ihr mögt, hört ihr mich morgen zum Devisenradar. Schreckstrich nächste Woche gibt es noch ein paar Webbies. Bis dahin, auf bald und beste Grüße. Ciao. Ciao in den Norden, Andreas. Lass es dir gut gehen. Tschüssi.